Willkommen zu einer neuen Folge Beretspiele News Solo. Ich bin Johannes und in dieser Folge reden Benni und ich über das spielerische, über das solospielerische Spielejahr 2023 oder über das spielerische Solospielejahr 2023. Wir reden über unsere Top 10, über unsere Flop 3 und einige speziellere Kategorien wie schönstes, bestes Spielmaterial und ähnliches. Viel Spaß! So, ein neues Jahr, ein neuer Podcast und ich bin wieder nicht alleine, nämlich Benni ist da, hallo! Hallo Johannes, hallo alle da draußen, frohes neues Jahr noch. Ich weiß nicht, wie lange man das so wünscht. Irgendwer hat mir mal gesagt, nur bis zum 6. Januar. Kennst du das auch so, Johannes? Oh, das ist eine gute Frage, aber tatsächlich bin ich gestern, habe ich meine kleine Schwester abgeholt, wir sind ins Kino gefahren, also am 13. ist dann das gestern, was ich meine. Da habe ich noch in Gärten beschmückte Tannenbäume gesehen, also mit Lichterketten. Das fand ich noch verwirrender. Also wenn noch Lichterketten hängen, würde ich sagen, kann man auch noch frohes neues Jahr wünschen. Das ist eine gute Logik. Ich habe hier noch meinen Adventskalender stehen, das ist nämlich ein rubbellos Adventskalender, den schenkt mir mein Vater jedes Jahr und ich habe noch nicht alle rubbellose aufgerubbelt und der ist auch in der Form eines Tannenbaums und der steht noch bei mir so im Fenster, auf der Fensterbank. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Nö, antizyklisch, antizyklisch. Wir hatten hier auch noch Butterspekulatius, also ich habe dieses Jahr schon Butterspekulatius gegessen. Ist ja auch sowas, davon kann man ja nicht genug essen, ne? So, so ist es nämlich. Wir wollen ein bisschen auf das Jahr 2023 zurückschauen und wir haben uns gedacht, Toplisten können ja alle, machen wir auch, aber nicht nur. Benni, was haben wir uns überlegt? Ja, eigentlich haben wir genau das gleiche, was alle anderen auch machen. Haben uns aber überlegt, ach ja, immer nur Top Ten ist ja irgendwie langweilig, also haben wir uns noch ein paar so Kriterien oder Kategorien überlegt, mit denen wir das Ganze ein bisschen auflockern wollen zwischendurch, die eigentliche Top Ten, die wir auch gemacht haben. Ja, das ist so die Idee. Genau, dann ist es am Ende keine Top Ten, sondern ja, so ungefähr eine Top 18 und Flop 3, glaube ich, so ungefähr. Aber wir werden in bestimmten Kategorien sowieso mehr Titel nennen, also ja. Ja, machen wir es uns nicht vor. Wir haben es versucht. Wir waren stets bemüht. Aber bevor wir zu den eigentlichen Spielen kommen, vielleicht erstmal die ganz allgemeine Frage. Benni, ich weiß es schon ein bisschen, aber vielleicht magst du den Leuten, die zuhören, nochmal sagen, wie war denn das spielerische Jahr 2023 für dich überhaupt? Jetzt greifst du so voraus. Ach so, das soll das Abschlussfazit sein, ne? Ja, das soll ja das Abschlussfazit natürlich sein. Nein, ich bin so ein bisschen gespalten. Aber jetzt, als ich mich jetzt wieder hingesetzt habe, hier in Vorbereitung für die Folge, fand ich dann doch die Spiele, die ich dabei habe, sehr gut. Zumindest ab so, es ist mal die Frage top, ne? Also so, top ist ja eigentlich wirklich nur top. Das ist ja mittlerweile ein bisschen verwässert, wenn man so sagt, top 100 oder top 50. Ja, also ich glaube, nicht alle meiner top 10, top 10 könnte ich jetzt so bedenkenlos jeder Person empfehlen. Aber ja, vielleicht fand ich so ein bisschen, wir haben ja auch zusammen die Spielemessefolge aufgenommen. wo wir über die Ersteindrücke gespielt haben. Und ich glaube, da hat sich bei mir so im restlichen Jahreslauf noch so rauskristallisiert, dass da nichts, da hat sich glaube ich wenig in die top 10 gespielt. Und deswegen bin ich vielleicht auf so ein Medium-Level geendet, was den Spielejahrgang angeht. Und vielleicht habe ich deswegen noch so das Gefühl gehabt, oh Johannes, wir können gar nicht so eine krasse Top-Liste machen. Ich habe eher so Mittelsachen. Aber wie gesagt, jetzt denke ich doch, dass ich auch ein paar erwähnenswerte Top-Sachen habe. Ja, und du, hast du auch schon was, was du vorab über den Spielejahrgang sagen könntest? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also auch als ich, wenn man überlegt, über wie viele Spiele quatschen wir einfach, auch damit wir jetzt nicht 20 Millionen Jahre aufnehmen. Ich hatte so Spiele zusammengesucht und hatte erst mal so 30 Spiele, wo ich gedacht habe, also dadurch hatte ich echt Spaß mit. Und dann musste ich schon überlegen, also ich konnte dann doch relativ gut so aussortieren. Aber eigentlich war ich doch so, nö, ist doch schön. Aber es fehlt irgendwie so, glaube ich, also es fehlt so ein Archenova-Ding, ne? Immer noch gefühlt. Also ich weiß, also es gibt schon irgendwie ein paar größere, noch irgendwie folgreichere Spiele. Aber gerade, glaube ich, wenn wir im Solo-Bereich, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es auch einfach das, ne? Wenn ich so top denke, dann denke ich halt zum Beispiel zahlenmäßig, wenn wir so an Board Game Game denken, denke ich, glaube ich, an 10 von 10. So. Aber wie du sagst, Spiele, die mir Spaß gemacht hatten, hatte ich natürlich viel. Aber das sind halt manchmal dann auch schon so 7,5 oder so. Aber dann denke ich immer, hm, jetzt wirklich Top des Jahres sollte ja eigentlich mindestens 9 von 10 sein, oder? Das ist eine gute Frage. Wie definiert man die Top 10? Sind es einfach die 10 Spiele, die man am besten fand? Das kann ja im Worst Case auch bedeuten, ja, sind halt alle so mit, ne? Ja, passt. Genau. 10 bis 2 sind eigentlich nicht so. Aber okay. Ja, wir wollten, glaube ich, ich, bevor wir zu Platz 10 kommen, noch ganz kurz ein bisschen Statistik offenlegen, was wir so, wie viel wir so gespielt haben. Johannes, ich bin sehr gespannt auf deine Zahl, wie immer. Wohlgemerkt, wir reden über neu gespielt, neu Solo gespielt, ne? 2023. Das erste Mal Solo gespielt. 2023. Genau. Das ist jetzt, das ist das Schwierige jetzt an den Statistiken. Es ist mir gerade in der Vorbesprechung schon aufgefallen, weil, habe ich jetzt dank Benni erfahren, oben rechts bei Biggie Stats, kann man einfach auf den Stern New klicken oder neu. Ich hatte die App irgendwann mal ganz kurz auf Deutsch geschaltet, habe mich super unwohl damit gefühlt und dann schnell wieder auf Englisch geschaltet, weil es so gewohnt war, das alles auf Englisch zu lesen. Und jetzt kanntest du die Vokabel New einfach nicht mehr, oder? Ich habe den nie beachtet. Ich, also, sagt Benni mir so, hä, wo geht denn das? Ah, ja, clever. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn ich ein Spiel in der Erstpartie zu zweit mit Rebecca gespielt habe und ich es danach Solo gespielt habe, dann wird es, wenn ich nur Solo, also das, das weiß ich ja, dass man 1P zum Beispiel anklingen kann, dann wird es mir nicht als New gekennzeichnet, aber dafür vielleicht kurz der, der Biggie Stats Lifehack von Benni. Ach so, ja, ich habe irgendwann auch das Problem bemerkt und trage jetzt wirklich immer sowohl bei meiner ersten Multiplayer-Partie als auch bei meiner ersten Solo-Partie, mache ich dieses Häkchen neu für mich. Bisher hat mich Biggie Stats noch nicht davon abgehalten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie die Statistik dann auch verfälscht auf irgendeine andere Art, aber auf jeden Fall kann ich so nach wie vor das so filtern. Nach ein Person und neu. Aber zum Glück habe ich ja parallel ein Word-Dokument geführt. Und laut dem, wenn das alles so stimmt, bei einem bin ich mir immer noch unsicher, ob da nicht vielleicht ein Spiel mehr drin sein müsste oder nicht, müsste ich 83 Spiele dieses Jahr das erste Mal Solo gespielt haben. Dabei sind aber eins, zwei, drei, sechs, neun Spiele, die ich auf Boardgame Arena gespielt habe, also die ich noch nicht händisch, haptisch auf dem Tisch gespielt habe. Und dann ist da ein Spiel drin, was keinen offiziellen Solo-Modus hat. Ich bin gespannt, ob du das vielleicht nachher irgendwie noch erwähnen wirst. Und eigentlich drei Spiele, die ich schon, also Hennen hatte ich mal auf den B-Rex-Tagen Solo gespielt. Ich habe es hier trotzdem reingemacht, weil es ja der Release ist. Und das Beinhaus von Zedlick hat ja erst dieses Jahr in Deutsch die Solo-Erweiterung bekommen. Deswegen habe ich es hier zum Beispiel auch reingemacht. Okay. Ja, ich glaube, das sind alle Ausnahmen hier. Boah, so, so, da sieht man mal die Vorteile eines guten alten Word-Dokuments. So dezidiert kann ich euch das alles gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich Boardgame Arena nicht tracke, weil für mich ist das einfach was anderes auch. Und ich implementiere mir das nicht auf Biggie Stats. Aber bei Biggie Stats habe ich stehen, dass ich 68 Spiele zum ersten Mal 2023 Solo gespielt hätte. Ja. Bist du damit zufrieden? War das genug? War das zu wenig? Was sagst du? Das ist genau die richtige Frage. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie will man ja auch seine alten Spiele, also alte Spiele ist schon so wert und seine Spiele altern ja zum Glück nicht so schnell wie irgendwie andere Medien. Die will man ja auch irgendwie mehr spielen. Gleichzeitig will man natürlich auch neu dieses Entdecken. Ich bin da auch mittlerweile was netter zu mir, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich auch ein Teil des Hobbys, der mir einfach mit am meisten Spaß macht. So dieses Spiel wirklich erstmalig neu entdecken. Ich bin nicht die Person, die die Spiele dann 50, 60 Mal spielt. Ich finde das total cool, wenn Leute das machen, weil die können definitiv sehr differenziert über Spiele sprechen. Aber ich merke immer wieder, wenn man mich jetzt fragen würde, was sind so die besten Partien eines Spiels, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also die ersten fünf, bei manchen auch die ersten zehn. Und dann wirklich dieses Entdecken, das macht mir einfach unglaublich Spaß und deswegen ist das schon so okay. Ich bin zwar hier manchmal zum Podcast eingeladen, aber ich habe ja auch keinen eigenen Podcast. Deswegen habe ich ja auch nicht den Druck, immer neuer, höher, besser spielen zu müssen. Ich fand das, also ich hatte auch immer schon irgendwie gerade am Anfang des Jahres noch den Druck, das wurde immer weniger im Jahr. Das fand ich sehr entspannt. Ich weiß gar nicht, auch wann ich, obwohl doch, Ende Dezember habe ich dann glaube ich das letzte neue Spiel gespielt, aber es waren auf jeden Fall dann deutlich weniger und das fand ich irgendwie auch ganz entspannt. Also ja, ich habe auch genug entdeckt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, weiß nicht, gibt es, also reden wir auch später noch darüber, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich krass was verpasst habe. Du? Ja, da reden wir vielleicht wirklich später drüber, wenn, ja, so über die Auswahl, die man ja auch irgendwie trifft, ne, weil alles kann man nicht spielen und da frage ich mich schon. Ja, ich höre mir jetzt natürlich auch gleich deine Top Ten an. Wir haben uns vorher die nicht geschickt, wir kennen die nicht voneinander und vielleicht ist da ja auch irgendwas dabei, wo man sagen würde, oh, das sollte man sich aber definitiv mal angeguckt haben 2023. Das stimmt, das stimmt. Okay, aber Johannes, bist du bereit? Sollen wir mal loslegen? Ja, können wir machen. Ja. Ganz, ganz, ich bin völlig überrascht. Platz 10. Möchtest du anfangen? Wie du magst. Ja, ich kann, ich kann gerne anfangen. Mein Platz 10 ist ein etwas komplexeres Spiel, was angesichts der anderen Titel, also es ist eher eine, ich habe dieses Jahr nicht so viele krass komplexe Sachen gespielt. Ich glaube, ich, also ich rede über Djinn und ich glaube, die Leute, die sehr komplexe Spiele spielen, werden jetzt sagen, ach, so komplex ist das nicht. Ich habe tatsächlich auf Boardgame Arena geguckt. Djinn ist laut Boardgame Arena weniger komplex als Crown of Amara. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Bullshit. Keine Ahnung, warum Crown of Amara da so hochgerankt ist. Ist ein, ja, schön verzahntes Eurogame-Worker-Placement, Worker-Movement und wir müssen halt so als irgendwie Magielehrlinge Djinn's einfangen und das macht, also es macht nichts neu. Es ist wirklich sehr so, ja, böse könnte man so ein Standard-Eurogame sagen, aber es ist superschön verzahnt und ich finde allein die Idee, man muss Flaschen sammeln und zwar farblich passend zu den Djinn's, aber die Djinn's kann man nur in den Flaschen behalten, wenn man auch einen Korken für die Flaschen hat. Allein für diese Idee feiere ich das Ding schon. Damit hat es dich gecatcht, ja? Schon, also das hat zumindest ein bisschen mein Herz erobert. Ja, mit der Verzahnung von Thema und Mechanik. Ja. So ist das nämlich. Ja, cool. Ich habe mir schon gedacht, oh, man müsste eigentlich, eigentlich hätten wir uns mal vorher aufschreiben sollen, was man so beim anderen erwartet und dann wie viele Treffer man hat. Aber, ja, also Djinn ist so, als wir da in der Folge über die Neuheiten der Spiegelmesse darüber erzählt haben, habe ich schon gemerkt, dass du davon ja sehr angetan bist. Du hast es noch nicht gespielt? Ne. Aber ich habe allgemein, es wird glaube ich gleich auch so ein bisschen deutlich werden anhand meiner Top Ten, vielleicht habe ich gerade eine Kennerspiel-Euro-Krise. Die haben es irgendwie schwer gehabt, bei mir im letzten Jahr auf den Tisch zu kommen. Schwerer als andere, schwieriger als andere Genres, würde ich mal so sagen, oder andere Komplexitäten. Ich weiß auch noch nicht genau, wieso, aber, ja. Ich meine, Europa ist in der Krise, dann ... Ne, vor allem ist jetzt mein Platz 10, im Gegenteil, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen so in die Richtung gehend. Und zwar ist das ein ganz, äh, ein ganz altes Spiel. Nein, es ist das Spiel Seasons von Liebe Lutt. Ähm, und, ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung, dass ich das jetzt auf Platz 10 genommen habe, weil das hat keinen offiziellen Solo-Modus. Aber es war so, ich habe das, ähm, das stand eigentlich bei mir schon auf dem Auszugsstapel, obwohl ich es sehr, sehr gerne mag. Aber ich gemerkt habe, ich spiele das irgendwie mit niemandem, weil am besten ist es eigentlich zu zweit. So ein bisschen Duell-mäßig, ähm, ja, ist, von der Mechanik her kombiniert ist, ähm, Kartenmanagement und, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen der Duell-Charakter, Engine-Building vielleicht ein bisschen, weil die Sachen auch aufeinander Bezug nehmen, mit einem Würfel-Draft. Und das sieht total abgefahren aus, allein schon. Naja, jedenfalls war das hier schon halb ausgezogen. Und dann habe ich es mit einem Kumpel aber nochmal gespielt und habe gemerkt, boah, das ist so gut. Also das ist wirklich so ein gutes Spiel. Und ich habe auch die beiden sehr schwierig zu bekommenden deutschen Erweiterungen sogar. Und da ist so viel, steckt so viel drin. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe nach Solo-Modi geguckt, fand aber irgendwie alle so ein bisschen unzugänglich und so. Und ich hatte irgendwie direkt eine andere Idee und habe mich dann hingesetzt und habe mir selbst einen Solo-Modus ausgedacht und habe den mittlerweile auch mal auf die Menschheit losgelassen. Jetzt seit der letzten Feedback-Runde habe ich jetzt nichts mehr gemacht. Also er ist jetzt immer noch nicht irgendwo öffentlich total veröffentlicht worden oder so, außer bis auf so ein paar Facebook-Gruppen und so. Aber der hat einfach ab Minute eins hat der grundlegend funktioniert und mir grundlegend Spaß gemacht. Und ja, da würde ich auf jeden Fall auch am Ball bleiben. Und tatsächlich hat es auch auf Platz 10 jetzt geschafft. Vielleicht, wenn ich jetzt jemand wäre, der sich selbst noch lieber höher leben lassen, hochleben lassen wollen würde, hätte ich es vielleicht noch höher gepackt. Also es macht mir wirklich richtig viel Spaß, was ich mir da selbst überlegt habe. Aber bestimmt hat man da auch selbst so eine Nostalgie für, wenn man sich selbst was überlegt hat. Johannes, hast du das bei deinen Sachen, wie zum Beispiel den Applejack-Szenarien oder den Wolf-Walker-Szenarien? Bestimmt auch. Da muss man aber auch dazu sagen, ich habe ja keinen, ich habe ja nicht einen Modus empfunden. Ich habe mir einfach nur so ein bisschen Szenarien ausgedacht. Also du hast ja da, du hast ja echte Entwicklungsarbeit da reingesteckt, würde ich sagen. Also das lasse ich jetzt mal so stehen, ja, ob das wirklich gegeben ist. Okay. Vielleicht der Appell oder was heißt nicht der Appell, aber die Möglichkeit an alle. Ihr könnt euch an Benni wenden oder ihr könnt auch Brettspiel-News wenden und dann wird an Benni weitergeleitet. Aber Benni ist auf jeden Fall in Facebook-Gruppen oder natürlich auch auf dem sehr guten Einzelspiel-Discord zu finden. Ding, Erwähnung der Folge. Genau, die muss man erwähnen. Da kann man dich bestimmt anschreiben und dann bist du bestimmt bereit, deinen Solo-Modus zu teilen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch gerade noch dran. Also grundlegend, das steht alles. Also man kann den spielen und so. Aber da sind auch noch Szenarien bei tatsächlich. Und da geht es immer so ein bisschen um Startkarten und sowas. Und da muss man sich eigentlich total in die Tiefe damit beschäftigen. Und da verließen sie ihn, mein Durchhaltevermögen, dass ich da noch. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aus der Welt, weil er mir viel Spaß macht. Ich muss ihn nur noch ganz viel nah machen. Johannes, Platz 9. Platz 9. Ich merke, glaube ich, so ein paar Titel sind ein bisschen langweilig, weil wir da zusammen schon letztes Mal drüber gequatscht haben. So, verdammt, hätte ich mal hier andere Sachen genommen, aber vielleicht bei den Kategorien eher. Ja, auf meinem neunten Platz ist Point City. Ein, ja, schöner, kleiner Engine-Builder-Set-Collection macht, finde ich, genau das, was es soll. Hat mir, mir hat es besser gefallen als Splendor. Und, aber ich habe Splendor auch nur einmal gespielt. Also vielleicht tue ich dem Spiel auch Unrecht. Aber Point City kann man ja Solo spielen. Und gut, auch wenn ich immer noch nicht unsicher bin. Wir haben ja beide, was den, ja, es gibt ja einen Raster und der, der Automat, der Bot, nimmt in einem bestimmten Raster, in einer bestimmten Bewegung Karten aus diesem Raster und wir haben es beide erst falsch gemacht. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Mal so gespielt, wie man es machen soll. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht, also, ich habe das Gefühl, dass unseres ist eigentlich, weiß ich gar nicht, aber unseres gefällt mir eigentlich besser. Weil, so wie es jetzt gemacht wird, ist es fast ein bisschen zu einfach, hatte ich das Gefühl. Weil, also gerade in der letzten Partie, ich habe es vor ein paar Tagen nochmal gespielt. Also, da hat der Bot, glaube ich, am Ende fünf Gebäude oder sowas gehabt. Also, ich habe dem alles wegnehmen können. Also, man kann das ja so machen, dann nimmt er halt die Ressourcenkarten. Und dann hat er so, hm, weiß ich nicht. Aber ich finde es trotzdem noch sehr gut, das Spiel. Ja, aber es müsste doch eigentlich, so wie ich habe es nicht mehr gespielt, seit du mir gesagt hattest, dass wir es falsch spielen, da war ich erst mal so, hm, wie kann man das so bescheuert in die Anleitung schreiben? Ich bin jetzt beleidigt. Es kriegt jetzt auch keine Chance mehr von mir. Eigentlich ist doch die Änderung nur gewesen, dass jetzt der Pfad, den er sozusagen abgeht in diesem Raster, dass der jetzt noch berechenbarer ist eigentlich, oder? In der Variante, wie sie es sich gedacht haben. Vorher musste man wenigstens ein bisschen umdenken. Genau, und unsere Pfad war so ein bisschen schräg. Und der Pfad ist jetzt sehr geradlinig. Und dadurch, also, vielleicht hatte ich auch einfach jetzt nur Glück in der letzten Partie. Das kann ja auch sein, dass es gerade so gepasst hat. Und in der nächsten Partie sehe ich kein Land. Ich habe es auch noch nicht, ich müssen mal gucken, mit dem ganz hohen Schwierigkeitsgrad kriegt der, glaube ich, auch Punkte für Ressourcenkarten. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das muss man einfach dann machen. Das hat irgendwann mal probiert. Und da habe ich gedacht, holl, also, da bin ich auf jeden Fall ganz davon gezogen. Weil ich gedacht habe, hey, das war mal meine Taktik gegen ihn, ihn Ressourcenkarten nehmen zu lassen. Und jetzt punktet der voll viel für Ressourcenkarten. Okay. Ja, dann muss ich das da noch mal, muss ich noch mal ganz hohen Schwierigkeitsgrad testen. Und dann völlig frustriert es. Okay. Das ist auf deinem Platz 9. Ach, ich wollte gerade schon die erste Kategorie machen. Stimmt. Ich bin ja auch noch mit Platz 9. Ja, Johannes, ich muss beichten. Ich hoffe, du hast auch irgendwo, hast du irgendwo geschummelt? Was heißt denn, ist es kein Brettspiel? Oder was ist hier los? Redest du jetzt über das zweite Zelda für die Switch? Oder weiß ich nicht. Also, auf Platz 9 konnte ich mich einfach nicht so richtig entscheiden. Und habe eine Doppelnennung. Aber, also, es sind zwei verschiedene Spiele. Aber immerhin teilen sie einen der Autoren. Sie haben beide, glaube ich, mehrere Autoren. Aber sie teilen den Autor. Und zwar ist der Autor Matthew Dunstan. Und es sind beides Flippin' Rides. Und das eine ist halt, da brauchen wir auch gar nicht viel drüber reden, ist halt, wenn man was Kurzes, Lockeres, Fluffiges Solo möchte, dann spielt man Next Station London. Was ich wirklich einen tollen Titel finde. Und jetzt noch mit draufgehuscht gegen Jahresende ist das Spiel Pioneer Rails. Wie gesagt, ebenfalls von Matthew Dunstan. Und das ist auch ein Network Building Flippin' Ride, bei dem wir zusätzlich noch Punkte bekommen, wenn wir die Karten, die man aufdeckt, sind nämlich Pokerkarten. Also Ass, König, Dame, Bube, 10. In vier verschiedenen Suitsfarben. Und das ist ein komplexeres Flippin' Ride, auf jeden Fall. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, was mir jetzt irgendwie mehr Spaß macht. Es ist wirklich so, bei Pioneer Rails ist die Spielzeit so 30 bis 40 Minuten. Und bei Next Station London, boah, Solo, sag mal, nicht lang. Zehn Minuten, Viertelstunde. Das geht, ja, würde ich auch sagen, maximal, ja. So, und deswegen habe ich nach diesem Verbindenden gesucht. Und beides ist Network Building. Und Next Station London ist total clean, während Pioneer Rails so was hat zum Beispiel, dass, wenn man auf eine Strategie verfolgt, wenn man so seine Netzwerke quasi abschließt, dann bei so Städten, die auf dem Plan sind, dann schaltet man sich dadurch noch Spezialfähigkeiten frei. Und ich würde sagen, die Spezialfähigkeiten alleine sind komplexer als das gesamte Spiel Next Station London. So, ne? Also ein toller Titel als etwas komplexeres Flippin' Ride. Kurzer Hinweis, weil ich hatte auch mich erst falsch geklickt, weil 2017 hat Matthew Dunstan ein Spiel rausgebracht, was heißt Pioneer Days. Das ist es nicht, hat keinen Solo-Modus. Also Pioneer Rails. Genau, von Drundar Games. Ich sehe auf Board Game Geek Bilder mit abwischbaren Spielplänen und welche ohne. Was ist die richtige Version? Ja, also für mich wäre die mit abwischbaren Spielplänen. Die bessere, das ist nämlich die Essential Edition, wo man auch vier Spielpläne hat, während man in meiner Version nur zwei hat. Also du solltest dir die normale Version dann holen, die keine abwischbaren Spielpläne hat. Aber ich finde sehr, sehr schön, was die Spiele auch verbindet, die ich jetzt auf Platz neun einfach zusammengepackt habe, ist, dass es auch bei Pioneer Rails vier verschiedene Bahndinien sozusagen gibt, wie bei Next Station London halt auch. Bei Next Station London halt anderer Verlag. Hilfen wir gerade? HCM Kinzel, ne? Ja. Und was die ja total cool gemacht haben, ist, dass man ja auch diese vier verschiedenen Farben hat. Also die beiliegen, ne? Mit den vier verschiedenen Buntstiften. Du glaubst gar, oder ich hätte gar nicht geglaubt, wie essentiell das, glaube ich, für Next Station London wirklich ist, dass die da in vier verschiedenen Farben liegen, einfach was Übersichtlichkeit und so angeht. Das ist bei Pioneer Rails, bei Runder Games nämlich nicht so. Da liegen nämlich nur Bleistifte bei. Und in diesem einen Gelb habe ich auch keine Farbe. Jetzt habe ich es einmal versucht, mit so Notbehelfs anderen Farben zu spielen, aber ich muss mir damit, glaube ich, mal einen neuen Satz Buntstifte einfach holen für. Ja, deswegen Verlage, wenn ihr sowas habt mit Farben und so, dann legt da die Sachen rein. Gut, jetzt haben wir als Auflockerung kommen jetzt zwei Kategorien oder Kriterien. Johannes, erste Kategorie. Was waren denn für dich so die größten Überraschungen? Fand ich tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich habe für mich, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich habe für mich das so gesetzt, dass ich kein Spiel jetzt doppelt nennen wollte, irgendwie in Kategorie und Top Ten. Was aber auch okay wäre, falls du jetzt ein bestimmtes Spiel, über das wir beide, glaube ich, nachher noch reden werden, irgendwie fünfmal erwähmst, völlig legitim, weil das ist ein sehr guter Spiel. Ja, das wird tatsächlich so der Fall sein. Ich habe das auch versucht, beziehungsweise ich glaube, dieses Vorgehen mit den Kategorien hat so ein paar Sachen aus meiner Top Ten gedrängt, weil ich da gedacht habe, oh ja, das habe ich ja in der Kategorie, also so vielleicht andersrum, ich weiß es nicht. Genau. Ich habe dieses Jahr, das erste Mal ist auch schon ein bisschen älteres Spiel, aber es stört ja nicht, ich habe es das erste Mal dieses Jahr gespielt, Level Ten, das ist ein kooperatives Kartenspiel, geht es nur in die Richtung von The Game und diesen ganzen Solitär-Varianten und da spielt man halt so ein Held oder Heldin durch so ein Pixel-Game-Boy-Stil-Ding und das ist einfach richtig cool, also mach Bock. Und das ist, glaube ich, eines dieser Spiele, was man so mal mitbestellt hat und dann hat es mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, das ist doch eigentlich die Definition von einer Überraschung, nichts Besonderes bei gedacht und dann hat es gezündet. Ich habe nur mal ein Bild von dir gesehen, du hast da mal irgendwo einen Spielebericht von gepostet und ich finde einfach, das sieht richtig klasse aus schon. Oh, tatsächlich, gerade die englische Version von Matagou, die ich, glaube, habe, ist tatsächlich von 23. Dann ist ja alles okay. Also auch dann wäre es, das wäre auch okay, wenn es nicht, also die Original ist halt von 216. Ja, okay. Ach so, aber da hieß das auch noch Okidoki, da war es noch was ganz anderes. Also Level Ten ist, glaube ich, auch die schönere Version. Ja, hast du sonst noch Überraschungen gehabt oder wolltest du einfach das? Ich, bestimmt, aber ich habe jetzt tatsächlich nur die aufgeschrieben. Ich glaube, bei ein, zwei Top-Ten-Titeln werde ich noch mal sagen, Überraschungen. Ja, natürlich, man wird natürlich auch mehrfach überrascht. Also ich habe da zwei Sachen, wobei ich den Titel einem mehr geben würde und zwar habe ich da Mycelia von Ravensburger und dann habe ich die For One-Reihe, weil ich glaube, es liegt ein bisschen an den Verlagen, wobei das Schmidtspiele auch irgendwie voll Unrecht tut. Schmidtspiele macht eigentlich auch gute, weiß ich nicht, Kennerspiele und so wie Quacksalber von Quedlinburg, aber irgendwie haben die so ein bisschen Ruf und dann For One-Reihe und dann irgendwie Kniffel und so und ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass die sehr eingeschlagen haben. Deswegen würde ich denen auf jeden Fall den Titel geben, weil das bei mir am meisten war von was ist das überhaupt zu hey, das ist echt cool. Ja, Johannes, noch eine Kategorie. Die schönste Schachtel fand ich auch nicht so einfach, weil ich wollte, also ich habe jetzt nicht gedacht, ich gucke einfach alle Spiele aus diesem Jager, nein, nein, ich wollte ein Spiel haben, was ich auch gespielt habe. Ja. Und da ist dann nämlich geguckt, so ja, das sieht irgendwie nett aus und irgendwie ist es so, ich bin mal gespannt, vielleicht haben wir sogar das Gleiche, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, du hast es auch gespielt und findest es wahrscheinlich auch einfach schön, aber es ist ein bisschen langweilig. Evergreen hat halt eine schöne Schachtel. Nein. Also es ist bei mir auch mit dabei. Ich finde es aber lustig, wie du dazu sagst, ja, ich habe mich da total schwer mitgetan, so als hätte ich irgendwie die Kategorie mir überlegt und du hättest dir dann da einen abgrübeln müssen, aber die schönste Schachtel stammt zum Beispiel von dir, mein Lieber, als Kategorievorschlag. Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich habe da auch wieder Mycelia, da sind wir schon bei Running Gag. Und ja, Evergreen, bei Erde scheiden sich die Geister. Ich glaube, irgendwer bei euch aus dem Team-Podcast hasst ja das ganze Artwork so extrem, wenn ich da die Folge immer höre. Ich weiß nicht, ob es Dennis war. Nee, Peter fand das, glaube ich, nicht so gut. Peter, ja. Dann finde ich Tracking, Reise durch die Geschichte, auch ein besonderes Cover, ein bisschen unruhig. Aber, ach ja, und Discordia habe ich noch, weil ich das auch dieses Jahr zum ersten Mal Solo gespielt habe von Iron Games. Das ist ja eigentlich gar nicht so ein schönes Spiel, aber hat wirklich ein super schönes Coverbild von Lucas Sigmund, glaube ich, illustriert. Und mein Sieger wäre aber auch irgendwie Evergreen gewesen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, wenn ich es mir jetzt so angucke. Also doch, die Farbwahl ist sehr clever bei der Evergreen-Schachtel. Wir hatten ja auch gesagt, schönste Schachtel. Und ich finde, die hat auch was, weil die so ein bisschen dünner ist. Dann ist da das Spielmaterial perfekt drin sortiert. Was ich, weil ich die Spiele mittlerweile hochkantelager, bei mir fliegt das jetzt durch die Gegend. Aber so sei es, an und für sich ist es perfekt gedacht. Also wenn man es so nimmt, ist es wirklich die schönste Schachtel, glaube ich. Es hat so was Elegantes. Man könnte vielleicht noch die coolste Schachtel, könnte man Turing Machine nennen. Weil die weist dich ja direkt darauf hin, ob du sie richtig zusammengesteckt hast. Was natürlich eine fantastische Idee ist. Ja, stimmt. Oh, stimmt. Aber das war auch gar nicht, war Turing Machine dieses Jahr? Nee, es war letztes Jahr, ne? Ich glaube erst dieses Jahr auf Deutsch. Ach so, stimmt. Ja, aber ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon gespielt. Ich habe es, glaube ich, schon 22 das erste Mal gespielt. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich sehe natürlich gerade, ich habe es auch seit April nicht mehr gespielt. Da ist man wieder schockiert. Oh ja, diesen Moment kenne ich so gut. Okay, dann geht es wieder weiter mit unserer Top Ten. Also so ist jetzt, das hätten wir vielleicht auch mal vorher, hätte ich das mal cleverer erklären müssen, dass wir immer zwei Plätze von der Top Ten machen und dann immer Kategorien zum Auflockern zwischendurch. Hey, du bist hier der Gast. Ich hätte das erklärt. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber du hattest mich vorhin gesagt, ich soll das vorgehen, Leute, nur deswegen. Dann habe ich mich clever rausgewunden. Ja, und dann im Nachhinein motzen, ne? Oh, Benni, du hast das gar nicht erklärt. Das wissen die Zuhörenden ja gar nicht. Ich habe hier immer so eine Nachbesprechung nach einer Podcastaufnahme. Und da macht Johannes mich dann richtig fertig. Vor allem meine Fehler. Ich bin immer völlig begeistert, weil Benni immer so akkurat sich vorbereitet. Dann fühle ich mich immer schlecht. Siehst du, da geht es schon los. Hört ihr es, jetzt kritisiert ihr schon meine Vorbereitung. Ich bin einfach begeistert. Okay. Platz 8. Genau, mein 8er Platz folgt dem Trend der sehr weißen Spieleschachtel und Bild in der Mitte. Und es ist ein kooperatives Spiel, nämlich Race to the Raft. Also aus dem, die Insel der Katzen-Universum. Und auch diesmal müssen wir wieder Katzen retten. Nur diesmal halt die Katzen, die wir beim letzten Spiel auf der Insel gelassen haben. Wir fiesen Möps. Und es ist ein kooperatives, wie beschreibt man das? Es ist ein Legespiel. Es ist ein bisschen mit Deduktionselementen im Mehrpersonenspiel. Und man muss so Wege für die Katzen bilden. Und das dann szenariobasiert. Klingt jetzt nach ganz viel, ist eigentlich ein relativ simples Spiel, wenn man es dann spielt. Aber sieht toll aus, macht Spaß. Ist absurd viele Szenarien. Ich weiß nicht, ich habe ja absurder Dumm... Also ich habe ja auch die Kickstarter-Version georganisiert. Also im Grundspiel sind, glaube ich, allein 80 Szenarien drin. Und dann, ja, natürlich bin ich noch lange nicht durch. Krass, okay. Ich hätte das total gern, weil du da mal irgendwann sehr begeistert von berichtet hast. Aber das ist echt teuer, ne? Also kostenlos. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das mir geholt habe, ja. Ich glaube, ich hatte es mal bei Brettspielbude oder so gesehen. Aber ich glaube, für 95 Euro. Das ist krass. Würdest du sagen, das Spiel ist 95 Euro wert? Ja, ne? Mit der Menge an Szenarien. Also wenn man das viel spielt und dann bei diesen Costs per Play in der Big Stats App guckt, ist es safe. Ich glaube, wahrscheinlich für viele ist das für das Geld nicht komplex genug. Aber ich finde, das ist ja wirklich immer schon so ein bisschen so ein großes, so was Teures muss halt irgendwie mal was Großes sein. Ja, wobei ich da, vielleicht reden wir ja noch am Ende ein bisschen über so Challenges und irgendwie sowas. Da bin ich auf jeden Fall in letzter Zeit auch ein bisschen mit diesem Cost per Play, bin ich auch ein bisschen da auf dem Trip. und da merke ich aber, wie trügerisch das auch eigentlich sein kann. Weil so große Spiele, die man aber halt nur, ich sehe jetzt hier gerade bei mir im Regal, Wonderlands War. So, finde ich ein Top-Spiel. Habe ich super viel Geld bezahlt, weil ich noch so eine deutsche Übersetzung, jetzt eine Vorab-Übersetzung hatte quasi, die einer gemacht hat. Dann habe ich da die Premium-Chips, was weiß ich. Ist auf jeden Fall ein teures Spiel. Und das spiele ich jetzt vielleicht nicht so häufig. Aber wenn, dann ist das für mich halt auch einfach so eine richtige Gaudi, so Event-Spiel-mäßig würde ich so nennen. Dass das wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht auf ein Cost per Play von, weiß ich nicht, Jump Drive oder Okio kommen wird, ist mir irgendwie klar. Aber trotzdem, ich wollte nur darauf hinaus, manchmal kann das auch ein bisschen trügerisch sein. Voll. Was auf deinem achten Platz? Auf meinem achten Platz. Kann ich ganz kurz halten. Kennen alle. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass es so in Vergessenheit gerät, weil es eigentlich schon so Asbach-Uralt ist. Aber tatsächlich erst dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Auch so zwischen den Jahrgängen. Jahrgängen deswegen nicht beachtet worden beim Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahrespreis. Ich hoffe aber, dass das noch kommt. Gilde der fahrenden Händler. Das habe ich zum ersten Mal letztes Jahr gespielt. Johannes denkt sich jetzt, hä, was? Das habe ich bestimmt zuerst mal 2021 gespielt oder so. Aber ich halt erst dieses Jahr. Und ich habe das erste Multiplayer gespielt auf der Spiel-Doch in Dortmund. Da habe ich doch gedacht, so ein bisschen überhypt vielleicht und so. Danach hat das dermaßen bei mir gewonnen irgendwie. Also das finde ich geht so in Richtung eines moderneren Klassikers. Weil das ein ganz tolles Spielprinzip hat. Gut Varianz drin mit verschiedenen Karten, Solo-Modus, elegant, unaufdringlich. Tolles Spiel. Könnte ich jederzeit spielen. Kann ich nur zustimmen. Großartig. Könnte, finde ich auch eigentlich, mal eine Erweiterung. Also braucht man nicht. Weil man kann es auch ewig so spielen. Aber ich nehme auch mehr. Eine gibt es doch. Ja, habe ich mir natürlich ganz schnell. Also als ich drankomme, war ich natürlich direkt, ja, ich habe mehr. Wir wollen mehr. Ja, okay. Ja, mein Platz 7 ist jetzt auch noch ein bisschen langweilig. Habe ich auch schon mal drüber geredet. Tangram City, das neue Legespiel von Uwe Rosenberg. Ja, Legespiel von Uwe Rosenberg. Ich bin glücklich. Was soll ich sonst dazu noch sagen? Oder? Ja. Die berüchtigte Johannesliste, auf der so zwei Checkpoints sind. Uwe Rosenberg, Legespiel. Check, check. Ah. Voll. Habe ich leider immer noch nicht gespielt. Das ist ganz traurig. Ich komme nicht hinterher bei deinem Video. Das ist, glaube ich, aber auch aktuell nicht so gut verfügbar. Ich glaube, die deutsche Version muss ausverkaufen. Ich glaube, es dauert irgendwie, bis da wieder irgendwas kommt. Okay. Ist dein siebter Platz kreativer, überraschender? Nee, für Leute, die viel mitbekommen, was so Solo-Hype-Titel waren, des letzten Jahres nicht. Für mich ist es aber interessant, dass es bei mir doch dann hier gelandet ist. Und zwar ist mein Platz 7 Earthborn Rangers. So. Und eigentlich hat mir Earthborn Rangers nicht so ... Also, es war für mich kein Top, Top, Top-Spiel, wie es das für manche war. Ich habe da aber sehr viel drüber nachgedacht auch. Auch warum ich das vielleicht nicht so top fand. Und für mich lag es vor allem ... Also, Earthborn Rangers ist ja ein Living-Card-Game. So ähnlich wie Arkham Horror LCG und so weiter. Nur mit Open World kombiniert. Also, man läuft dann da in der Welt rum und hat eine längere Kampagne. So. Und mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel ist, dass ich das Reisen von Ort zu Ort ziemlich mühselig fand in der Zusammenstellung der Decks und so. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen und so weiter. Und dann noch ein bisschen Missionsdesign. Hätte ich mir ein bisschen abwechslungsreicher gewünscht. Aber dennoch muss ich halt sagen, ich habe das Spiel 27 Partien gespielt. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ich glaube, ich hatte auch ... Es gibt so verschiedene Charaktervorgeschichten und Aspekte, mit denen man das Spiel spielt. Und das hat wirklich von dem, was ich so sonst an Spieleberichten gelesen habe, auch einen massiven Einfluss auf das Gameplay wirklich. Und ja, ich war halt ein reisender Vermittler. Das heißt, ich konnte supergut reisen und supergut schnell reisen. Das hat auch dazu geführt, dass ich diese Kampagne, glaube ich, also die Hauptstory, wesentlich oder wirklich deutlich früher abgeschlossen habe. Man spielt das Spiel bis zu, ich glaube, maximal 30 Tagen. Und ich glaube, an Tag 17 oder so war ich durch mit dieser Hauptstory. Und das lag aber auch an meinem Charakter. Andere können halt nicht so gut reisen. So, jetzt ist reisen, aber genau der Aspekt im Spiel, den ich nicht so fand. So, ich wollte aber eigentlich immer schnell überall weg, weil ich gar nicht so gut dafür ausgestattet war, nicht mit richtig krassen Kreaturen da irgendwie zu messen oder wie auch immer. Ich konnte die halt ganz gut zähmen, deswegen wegen diesem Vermittleraspekt. Ja, aber insgesamt jetzt in der Jahresrückschau wollte ich es dann doch nicht missen, weil ich so viel auch gedankliche Arbeit irgendwie mit dem Spiel, also immer, wenn ich auch nicht weitergespielt habe, habe ich eigentlich über das Spiel nachgedacht. Oh, was passiert da als nächstes? Und das Spiel hat mich total am Ball gehalten und auch total in seinen Bann gezogen. Und deswegen war ich vielleicht ein bisschen hart im ersten Moment, als ich so ein bisschen ernüchtert war. Aber eigentlich ist es schon für sehr viele Leute sehr, sehr empfehlenswert. Open-World-Feeling kommt auch total rüber. Du kannst wirklich eigentlich auch total machen, was du willst. Du musst ja auch nicht diese Hauptstory verfolgen. Und es macht mechanisch ein paar Sachen richtig clever, diese Interaktion mit der Umwelt. Deswegen eigentlich schon ein Top-Titel. Sieht super beeindruckend aus. Ich glaube, also, das ist vielleicht eher so was, was ich, glaube ich, vielleicht mal mitspielen würde, allein um es mal auszuprobieren mit anderen Leuten, die es dann auch, glaube ich, kennen. Das, glaube ich, erleichtert dann den Einstieg. Ich habe ja auch Too Many Bones mit Peter mal mitgespielt, auch gemerkt, super cool. Aber, ach, na gut. Ich will jetzt auch nicht so viel Geld dafür aufnehmen. Das ist für Too Many Bones. Und ja, ich weiß, ich glaube auch dieses große Open-World-Spielige, ich weiß gar nicht, gerade mit so viel Material, ich glaube, dann bräuchte ich was, was irgendwie weniger komplex ist. Ja. Vielleicht catcht mich das irgendwann mal beim Spiel, wer weiß. Ja, also, ich kann es dir auch gerne mal ausleihen, wenn du möchtest. Ich hätte jetzt auch gesagt, bin mir nicht sicher, ob es was für dich ist. Aber bis die Erweiterung kommt, die ich damals bei Kickstarter mitgebackt habe, könntest du das auf jeden Fall haben und mal ausprobieren. Ja. Wir machen es am Ende in der Liste. Was für das würde ich ausleihen? Und dann fliegen die Pakete durch die Republik. So, jetzt kommt wieder etwas Durchmischung. Durch zwei Kategorien. Und die erste Kategorie ist Multitop, Solo, Flop. Johannes, welches Spiel fandst du denn? Multiplayer richtig gut und Solo, aber nicht so. Du hast vor der Aufnahme gesagt, dass du dieses Jahr auch so ein bisschen im Partyspiel-Modus warst. Und das ist ein, ich würde sagen, das hat Partyspiel-Charakter, nämlich Magic Rabbit. Das ist richtig, das ist dieses zwei-Minuten-Echtzeit-Ding, wo man die Hasen unter die richtigen Hüte und dann noch in der richtigen Reihenfolge puzzeln muss. Also, ich habe es schon häufig mit mehreren gespielt. Ist immer wieder cool, sei es zu zweit, zu dritt, zu viert. Ich weiß gar nicht, kann man bestimmt mal mit mehreren spielen. Ist eigentlich sehr Wumpe. Obwohl, je mehr, desto schwieriger wird es. Aber finde ich cool. Es hat halt einen Solo-Modus, aber sorry, so ein Echtzeit-Partyspiel, das ist, also, ich finde irgendwie, dann ist es schon lustig, dass es einen Solo-Modus hat. Natürlich kannst du Solo spielen, weil es einfach kooperativ ist und dann guckst du da drunter, aber das ergibt keinen Sinn. Ich habe das ein paar Mal Solo gespielt. Okay, hat es mir Spaß gemacht. Ich fand es auch nicht schlecht, aber es war so, ja. Ja, so eher, genau. Ich glaube, es ist auch dieses so, ja, aber mit mehreren, also da war es wirklich sehr dieses Gefühl, mit mehreren ist es halt viel lustiger. Ja, doch, das würde ich genau so mitgehen. Ich fand es, glaube ich, auch so okay. Es war zu Jahresbeginn. Jahresbeginn. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, wie der Solo-Modus funktioniert tatsächlich, aber eigentlich fast wie Multiplayer-Modus, nur dass man das halt alleine macht, okay. Und es lebt ja auch, du hast schon voll recht, es lebt halt auch total vom Chaos, was da entsteht, ne. Wenn da jemand dann meine Planung, weil man kann ja nicht über die Planung groß reden, und dann macht da in Echtzeit jemand genau meine Planung kaputt, weil ich weiß, da liegt dieser Hase drunter und jetzt wandert der nach der Hinten, wo er gar nichts zu suchen hat und oh, ich mach das einfach eins zu eins wieder zurück oder irgendwie so. Voll. Ja. Das Chaos geht verloren. Ja, mein Titel ist eigentlich so ein bisschen mein Hidden Jam des letzten Spielejahres, zumindest Multiplayer. Und zwar ist das ein Spiel von Stan Kordonski, der ja eigentlich sehr bekannt ist als Designer, aber dieses Spiel lief auch nicht so gut bei Kickstarters. Das ist das Spiel Resurgence. Hast du davon schon mal etwas gehört, Johannes? Ich glaube, du hast mir davon mal berichtet. Ja. Ja, also auf jeden Fall ist es so in so einer apokalyptischen Dystopie angesiedelt in Russland. Und wir sind Überlebende und wollen halt so ein bisschen Walking Dead-mäßig. Zombies spielen nämlich auch noch begrenzt eine kleine Rolle. Wollen wir unseren Unterschlupf ausbauen und Missionen erfüllen, die da gestellt sind und so weiter. Und das Spiel arbeitet mit Hidden Worker Placement. Das heißt, wir haben im Multiplayer-Spiel einen Sichtschirm und wir setzen unsere Arbeiter in so große Bereiche. Das sind dann noch nicht die eigentlichen Arbeitseinsatzfelder, wo sie danach kommen, aber die sind halt in Bereiche unterteilt. Und das ist eine Mechanik, wo es dann auch noch mal kurz um Mehrheiten und so geht. Also nicht, dass man sich irgendwas kaputt macht oder so, sondern einfach, ah, du hast Arbeiter der Stärke 4 zum Hafen geschickt. Ich nur 3. Dann kriegst du mit 4 noch eine kleine Belohnung. Man kann sich schon vorstellen, der Solo-Modus ist gar nicht so schlecht, aber es nimmt dem Spiel halt seinen Kern, weil genau dieses Element halt fehlt. Genau dieses Hidden Worker Placement, was ein total cooles, überraschendes Spielelement ist. Genau, und Backbuilding hat es auch noch, ne? Man arbeitet, und Engine Building. Man kauft sich so seine Karten oder seine neuen Crewmitglieder, wie auch immer, und die haben kleine Fähigkeiten und kommen dann halt in den Beutel und die Fähigkeiten sind quasi so Engine Building, weil die, ja, sich dann gegenseitig beeinflussen und bewirken und die verschiedenen Arbeiter, die man in seinen Beutel packt, sind dann halt Backbuilding. Dann spiele ich es nicht, würde ich sagen. Seien wir spielen es mal zu zweit zusammen. Ja, dann sehr, sehr gerne tatsächlich, weil da hört man gar nichts von. Nee, also ich habe mir jetzt die Bilder noch mal angeguckt, du hast mir da, also ich weiß nicht, ob das in der Folge war oder ob wir mal so darüber gesprochen haben, wo ich mir dann Bilder angeguckt habe, habe ich mal gesehen, aber sonst habe ich auch noch nichts davon mitbekommen. Sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Also ich mag den. Voll. Also, ja. Aber, Johannes, wo wir gerade bei dem Thema sind, welches Spiel bräuchte denn mal einen guten Solo-Modus, deiner Meinung nach? Also welches hat denn keinen, was Multiplayer eigentlich gut ist? Äh, keine Ahnung. Nee, hast du keins gehabt dieses Jahr? Ich hatte mehrere. Du bist doch sonst der Hauptkritiker von den Verlagen, die keinen Solo-Modus dabei packen. Ach so. Ja, aber das habe ich dann ja alles nicht gespielt. Also ich habe mich, also, ich habe mich ja sehr darüber echauffiert, dass Mischwald keinen Solo-Modus hat. Oder, ähm, Moosland? Nee, wie heißt der das von Deep Print? Moorland. Moorland, ja. Ähm, da habe ich, also, aber die habe ich nicht gespielt. Deswegen fand ich es irgendwie schwierig zu erwähnen. Aber jetzt habe ich es in zwei erwähnt, so. Ja, das Mischwald ist auch mein Number One. Und Lookout, wir, wir gucken euch, wir schauen euch an, ja. Ähm, ich habe fast das Gefühl, aber das ist jetzt vielleicht eine weitgefasste These, ob Lookout damit rechnet, dass Leute das machen, ne? Weil bei Tipperary hat es ja auch der liebe Seven, äh, gemacht und jetzt Mischwald, eine Freundin von der, ähm, also war letztens im Einzelspiel-Discord, hat die Martina Bergziege, die auch schon mal bei dir im Podcast war, ähm, berichtet, dass eine Freundin von sich einen Szenarien-basierten Solo-Modus für Mischwald, ähm, ausgedacht hat. Der ist jetzt wohl auch auf Board Game Geek und der muss wohl ihr auch ziemlich gut gefallen. Also sie hat echt viele Bilder oder Spiele-Sessions davon in letzter Zeit, ähm, gepostet. Aber Lookout, das geht so nicht. Also wirklich, wenn man auch Mischwald, ich hab das gespielt und ich muss echt sagen, ich versteh nicht, wie da kein Solo-Modus dabei sei. Also genau wie bei Tipperary auch und genau wie bei, ähm, ach du je, bei, bei Moorland spielt sich auch so ein bisschen so. Wir hatten es aber mal irgendwann in der Podcast-Aufnahme auch noch über einen anderen Titel, wo man wirklich denkt, es springt einem ja fast ins Gesicht, dass das Solo möglich ist. Ist halt bei vielen Legespielen und so, einfach so. Und, ähm, ja, Deep Print, weiß ich gar nicht, hatten sonst eigentlich immer Solo-Modi dabei, ne? Genau, hier, ähm, wie hieß denn nochmal das Spiel mit dem ganzen, mit dem ganzen Obst, da kommt jetzt auch eine Erweiterung. Ah, ich vergesse den Namen gerade. Ähm, ah, das war so ein Schiebe, ähm, Juicy Fruits. Ja, Juicy Fruits, genau. Das hat vor allem auch einen ausgeklügelten, äh, äh, Solo-Modus und auch hier die Neuauflage von Mombasa Space Moon Zeugs. Sky Moon. Ja, genau, richtig. Ja. Hatte ja auch einen Solo-Modus bekommen, also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hätte sonst auch noch gesagt, auch noch Hype der letzten Zeit ist ja Knarre, und da könnte man, glaube ich, auch ganz guten, ähm, Solo-Modus sich zu überlegen, wo ich es tatsächlich, ach ja, wo es eigentlich total simpel wäre, wäre halt hier Far Away, ne, was jetzt auch bei Cosmos, ähm, auf Deutsch kommt, hat auch keinen Solo-Modus. Das wäre bestimmt auch irgendwie simpel, aber weiß ich nicht, ob ich das bei Far Away wirklich bräuchte. Das habe ich sogar gespielt, das hätte ich mal erwähnen können. Toll. Aber ja, nicht Solo. Nee, nee, genau, aber ich habe es mehr Multiplay gespielt, da hätte ich mir, das stimmt, also da einfach auch für sich hinzuknobeln, eine gute, eine gute Reihe da, das wäre, glaube ich, auch, auch, auch nice. Ich meine, ich, 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 ich checke jetzt sowieso, sowieso nicht, warum man aus einem kooperativen Dorf-Romantik, ein Dorf-Romantik-Duell macht, aber es hätte meiner Meinung nach auch einen Solo-Modus haben können. Habe ich aber nicht gespielt. Das ist eine Frechheit als Dorf-Romantik, dass Duell keinen Solo-Modus hat. Okay, ich weiß gerade gar nicht, ich komme gerade nur drauf, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas hatte, vielleicht bei Flops, was so einen nicht so guten, also wenn wir noch über Flops reden, was so einen nicht so guten Solo-Modus hatte, also was einen hatte, aber der mir nicht so gefallen hat. Aber wie gesagt, vielleicht bei Flops. Wir hatten hier nämlich in dieser Unterbrechung unserer Plätze auch noch eine andere Kategorie, die kam hauptsächlich von dir, Johannes, da geht es um, du hattest eigentlich gesagt, bester Miepel, wir hatten es dann erweitert zu beste Spielkomponente und ich finde, auf so eine Kategorie kommt man ja nur, wenn man da was fest vor Augen hat und ich bin jetzt sehr gespannt. Ist tatsächlich gar kein Spiel aus diesem Jahrgang, aber ich habe endlich, weil ich das netterweise habe, geschenkt bekommen, und ich habe Aquagarden gespielt, was ja also, ne, Kickstarter-Kampagnen sind ja berüchtigt für das tolle Material und also Aquagarden ist, was so Miepel angeht, finde ich so eins der absurdesten Projekte überhaupt, weil da so viele bedruckte Fisch- und Meerestierwesen Miepel drin sind, das sieht einfach krass aus, wenn du die dann halt unterschiedlichen da, also die bringt man dann halt in den Aquarien unter, also das sieht so, und auch, wäre vielleicht auch, finde ich auch so ein Potenzial für ein sehr schönes Spiele-Cover eigentlich, weil da so ein, oh was ist, das ist eine bestimmte Wahlart, ich nenne sie jetzt nicht, um nicht in die Nessel zu setzen, aber ein bestimmter Wahl da in diesem Aquarell-artigen Optik sehr schön illustriert ist. Aber da kommst du halt auch nicht ran an dieses Spiel, ne, ist halt krass. Ja, mein Neid ist dir gewiss, als du mir das letztens geschrieben hast, dass du das jetzt hast, war ich so, man hätte in den Kickstarter gehen können, wo jetzt auch irgendeine Erweiterung oder so, war glaube ich eigentlich gekickstartert, habe ich dann aber irgendwie nicht gemacht, ich weiß nicht mehr, ob es der Preis war, dass der wirklich auch sehr, sehr hoch war, oder der Versand, ich glaube der Versand war so abstrus hoch, dass ich gesagt habe, ne, kommt man vielleicht auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Verlag ist, ich glaube es ist kein US-amerikanischer Verlag, ich glaube das ist ein, es ist ein japanischer Verlag, das kann sein, dass deswegen Versand, in die EU exorbitant ist. Ja, ich hatte jetzt nichts so Festes, ich sage einfach mal, hier, Mehrfachnennung, ein paar Sachen, die mir da spontan eingefallen sind, als ich diese Liste bei BGStats anguckt habe, welche ich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt habe. Als erstes ist mir aufgefallen, die Würfel, Weltenwürfel, die haben wir auch in unserer Roll, Flip and Ride, Mark and Choose, Folge drüber geredet, die sind ja einfach fast faustgroß, ich habe keine Ahnung wieso, niemand weiß wieso, die finde ich witzig. Dann von dem Spiel Uprising, Curse of the Last Emperors, bin ich heilfroh, das ist eh eine Riesenschachtel, mit nochmal paar Erweiterungen, die ich habe und so, und das hat halt so total coole Standies, so Acryl-Standies, und die würde ich mir bei viel mehr Spielen wünschen. Dann habe ich noch so als Gesamtwerk gefasst, Mycelia natürlich, da muss ja bei fast jeder Kategorie erwähnt werden, keine Ahnung, das ist einfach so eine runde Geschichte, das haben wir damals in der Folge bei Daniel auch, er hat darüber geredet, dieses Wählscheibending, wo die Tautropfen durchfallen, das ist total überflüssig, aber es ist einfach da, und es ist cool, dass es da ist, keine Ahnung. Und dann jetzt so noch zwei, die einfach generell sehr, sehr, sehr gutes Spielmaterial haben, sind für mich Evergreen, was auch eine superschöne Haptik einfach hat, und es entsteht einfach dieser Wald, und das ist clever gemacht, mit der Sonne, die man dann von Ort zu Ort schiebt, und das hat tolles Spielmaterial, und Tracking hat auch ganz tolles Spielmaterial, Tracking, Reise durch, ich will mal Reise durch die Zeit sagen, ist richtig, ne, ist der deutsche Titel. Ich glaube auch. Oder durch die Geschichte. Nee. Ja. Durch die Zeitgeschichte. Nein, okay, Zeitgeschichte sollte ich selbst als Historiker wissen, ist was nochmal was anderes. Egal. Ich habe auch schon gesehen, zu Evergreen ist jetzt ja auch schon eine Erweiterung angekündigt, wo dann noch mehr unterschiedliche Bäume reinkommen. Also ich fand das, ich fand das gutes Spiel, ich fand es jetzt nicht übermäßig, aber ich sehe mich schon, komm, ich will diese Erweiterung haben, weil dann kommen da irgendwie Kakteen und sowas rein. Ist die auf Deutsch angekündigt? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Auf Englisch und, aber tatsächlich werden wir über Evergreen gleich nochmal reden, Johannes. Okay. Also bei BoardGameGeek ist bis jetzt nur die englische Version gelistet, aber eigentlich ist Heidel Bear, ja genau, Heidel Bear Games, bringt ja eigentlich immer Horrible Guild raus, also ich weiß gar nicht, die haben, haben die nicht auch diese ganzen zu, was ist denn heute los mit den Spielenamen? Wie heißt denn nochmal das Roll and Ride, wo man Schienen und Straßen, Railroad Inc. Genau richtig, da gab es ja auch 20 Millionen Würfelerweiterungen und sowas, die haben ja glaube ich auch alle rausgebracht. Also sind wir optimistisch, dass es auch zu Evergreen die gibt, auch wenn das Spielmaterial ist, komplett sprachunabhängig, ne? Die Karten ist kein Text drauf, oder? Ja, absolut. Wir reden da gleich nochmal an anderer Stelle. Ja. Genau über den Punkt. Okay. Aber da muss man ja manchmal vorsichtig sein, ganz kurzer Interlude noch, weil ich hatte mir zu Magnificent die Erweiterung geholt, die ist ja nicht auf Deutsch verfügbar, die Hüte sind anders. Jetzt habe ich Hüte, die nicht zusammenpassen. Unverschämtheit. Aber du hast diese Erweiterung, ich hätte die auch gern. Genau, die ist, die habe ich mir. Magnificent auch so lange nicht gespielt habe, meine Hüte, aber es sieht hier nicht aus. Ich habe die Erweiterung auch noch nicht gespielt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Magnificent das erste Mal gespielt und habe es überlegt, also nee, seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder gespielt und habe es überlegt, ich habe es aufgebaut und dann gemerkt, nee, ich muss es jetzt erstmal nochmal ohne das spielen, um überhaupt wieder reinzukommen. Das geht mir nämlich auch meistens so und dann bleibt es ganz häufig bei dieser Base-Partie, bei dieser Vanilla-Partie. Ähm, Ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, bei Platz 6 angekommen. Ich hatte es gerade schon gesagt, deswegen, ach nee, dann würde ich jetzt die Reihenfolge tauschen. Sonst hatten wir immer, das war viel besser, immer 6, 5, 5, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber jetzt haben wir, jetzt sitzen wir fest, oder? Jetzt sitzen wir fest. Sag bitte schnell deinen Platz 6, Johannes. Also red so lange, du willst drüber, aber. Mein Platz 6 habe ich, beziehungsweise ein Teil, weil hier cheat ich jetzt auch, ich habe eine Doppelnennung, gleicher Verlag aber, und ein Teil habe ich nur dank dir und den anderen, auf den anderen bin ich auch da nur dank dir gekommen, weil Hextra Madura und Iso, zwei richtig coole, kleine Solo, beziehungsweise kann man ja nicht nur Solo spielen, Lege-Spiele sind. Hextra Madura ist, die haben wir auch schon, also Dorfromantik, Gleit, Komplex, More, keine Ahnung, also weniger Material, aber komplexer, und Iso ist, ich weiß gar nicht, wie ich das... Brainfuck das Game für mich, optischer, optischer Brainfuck das Game für mich, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich habe das auf der Spielemesse mir angeguckt, Johannes hat sich's dann geholt, hat mir ein Bild geschickt, ich gucke da drauf, mir wurde direkt übel, wie von, wenn man, wenn man seekrank ist, so geht's mir, wenn ich dieses Spiel angucke. Das ist auf jeden Fall so, also mit weniger Material kann man glaube ich schwer ein anspruchsvolleres Spiel machen, also ich glaube, es gibt auch Leute, die können sehr einfach so perspektivisch denken, dann ist das nicht das Ding. Aber ich kann das nicht schlecht und ich find's trotzdem krass anspruchsvoll. Also zwei richtig coole Spiele und ich bin echt gespannt, was Little House Board Games in Zukunft so machen wird. Vielen Dank für den Hinweis und natürlich für das mitgebrachte Spiel von der Spiele. Bitte gerne, bitte gerne. Freut mich total, dass es dir so gut gefällt. Mein Platz sechs ist das Spiel Tracking, Reise durch, was auch immer. Nein, mir macht das Multiplayer total, total viel Spaß. Ich find, das ist ganz toll gestaltet, aber ich find den Solo-Modus auch überraschend gut. Es gibt den ja, ich glaub in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist er dabei. Ich hab noch nicht die höheren beiden gespielt, aber ich liebe ja so Solo-Modi, die auch mal für zwischendurch einfach ja, oder es ist jetzt nicht der simpel, also er macht schon was, er macht auch Punkte und so weiter, aber er hindert mich trotzdem nicht daran, mich total auf mich zu konzentrieren und das mag ich und an und für sich ist das ein ganz simples Set-Collection-Spiel, total fluffig, aber total schön und man kann auch was dabei lernen, wenn man möchte, anhand der Texte auf den Rückseiten. Ja, mein Platz sechs Tracking. Kann ich voll verstehen, das ist wirklich so ein Solo-Modus, der, finde ich, der Komplexität des Spieles angemessen ist. Also ein komplexerer Solo-Modus wäre blöd gewesen, weil da hättest du mehr Zeit mit dem Automa oder Bot verbracht als mit dir selber und ja, sieht toll aus. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, also eigentlich ist das ja super stumpf, auch das, was man macht, aber es ist trotzdem, also ich finde, es macht Spaß, obwohl es oder trotz oder wegen der Stumpfheit, ich weiß es nicht. Ja, ja, absolut, das hast du sehr schön zusammengefasst, auch mit der Komplexität des Automa, dass der nicht mehr hätte machen sollen, aber auch irgendwie nicht weniger. Okay, Platz 5. Platz 5 haben wir, haben wir auf jeden Fall auch schon mal drüber geredet, ich weiß, ich glaube auch im Podcast. Es ist sozusagen, das andere, es könnte fast auch von Little House Board Games sein, es ist Pocket Farm von Mandu Games und ja, das ist halt so gut, dieses Liegespiel, aber es ist auch so, 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 ja, so, so, so knifflig und es ist, ja, finde ich schon so ein bisschen, das, der ganz kleinen, aber harten Spiele und finde ich gut und natürlich dann noch so mit diesen niedlichen, ja, also da hatte ich, hatte ich tatsächlich auch erst überlegt, ob ich das bei Material reinpacke, weil da, da gibt es eine, ein Avocado-Mipel mit Augen und ist schon ziemlich süß. Eigentlich ist das der beste Mipel, ne? Schon, schon. Ja, mein Platz 5 ist, kann ich hier nur nennen, weil ich es ewig und drei Tage hier hatte und nicht gespielt habe und dieses Jahr habe ich es endlich geschafft. Es ist ein Solo-Klassiker, Solo-Klassiker ist jetzt vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall hat es schon eine Menge Hype, mein Platz 5 dieses Jahr ist Warp's Edge, habe ich endlich mal gespielt. Ein überragender Solo-Backbilder, super schnell aufgebaut, schnell fluffig gespielt, dennoch überhaupt nicht trivial und macht alles perfekt, was es machen will irgendwie. Also ich finde das ein ganz großartiges, rondes Spiel. Reden wir noch drüber. Oh, oh, siehst du, ungewöhnlich, weil es ist ja wirklich älter, ne? Ich weiß nicht, wenn es auf Deutsch erschienen ist, aber auf Englisch bestimmt 2020, 2021. Zumindest ist 2023 die neueste Erweiterung auf Deutsch erschienen. Toch, da haben wir ja unsere Aktualität. Okay, jetzt habe ich ja schon gesagt, Warp's Edge ist schnell aufgebaut und das ist jetzt tatsächlich auch unsere Kategorie. Wir wollten gerne ein Spiel empfehlen, was eine sehr kurze Spielzeit oder einen kurzen Aufbau auch hat, so für abends unter der Woche, wenn man da was spielen will. Johannes, was kannst du denn da den Leuten empfehlen, was man da spielen sollte? Ja, ich hatte ja erst am Anfang Probleme, wie ich die ganzen Spiele unterbringe und dann habe ich einfach gedacht, ich cheate so ein bisschen bei dieser Kategorie. Du hast das auch schon genannt. Die For One-Reihe sind einfach vier schnell aufgebaute Spiele, die Spaß machen, schnell gespielt sind und mit den ganzen unterschiedlichen Levels halt echt viel, ja, also viel Spiel in dieser kleinen Schachtel bieten. Auch wenn natürlich das eine Spiel eine kleine Schachtel hätte haben können, aber dann wären sie nicht mehr in einer Reihe blablabla. Ja. Ja. Absolut verständliche Nennung hätte ich auch als ehrenhalber Nennung gehabt, aber wenn wir jetzt sagen nur eins, dann ist es für mich Okio von den Forsted Minis. Forsted Minis haben ja alle sehr geringen Aufbau auch, aber das ist was aus dem letzten Jahrgang, was ich auch wirklich sehr gut finde und Okio rettet mich dieses Jahr durch meine spieligen Tag ein Spielchallenge und gar keinen Bock mehr ab. Wie bei dir ist es immer Obstein war, ist es bei mir dieses Jahr Okio. Ich habe eine ganz traurige Okio-Bilanz und zwar habe ich sechs Partien, diese einfachsten Szenarien, also fünf einfachsten, glaube ich, jetzt bin ich erst auf Mittel, habe ich immer gewonnen. Jetzt bin ich bei Szenario 7 und habe jetzt, glaube ich, es ist abstrus, es ist wirklich abstrus. Ich glaube, den 21. Versuch nicht geschafft. Jetzt über die Jahre hinweg, also die ersten sechs waren quasi 2023 noch. Seitdem bin ich bei Szenario 7. Wenn du mich hörst, Szenario 7, Pi. Ja, voll cooles Spiel auf jeden Fall. Das ist ja auch, was Aufbau angeht, ja absurd minimal. Also da musst du einfach nur drei oder später dann auch mehr Karten raussuchen und dann fängst du halt an. Das ist wirklich top. Ja. Aber die Vorgonreihe ja auch, also da muss man auch nichts groß, da ist bei Number Up schon das aufwendigste, wenn man da die verschiedenen Kartenstapien manchmal sich neu zusammensuchen muss, aber das ist auch ein Witz, auch perfekt für diese Kategorie. Und dann wollten wir noch hier auf die andere Seite des Spektrums und nochmal explizit neben unserer Top Ten sagen, was denn für uns wirklich bei den komplexen Spielen das Beste war. Wir haben ja beste Kenner-Experte. Genau, da hast du dich schwer getan, ne? Hatte ich tatsächlich lange überlegt, hatte auch erst überlegt, ob ich Gin darauf packe, weil es ja auch komplexes Spiel ist. Was ich dann aber nochmal komplexer fand und was sonst, sonst hätte ich es nicht genannt und dann hätte ich es glaube ich schade gefunden, Rebuilding Seattle, das ist ein komplexeres Legespiel, also das ist das Gegenteil von schnell aufgebaut und schnell gespielt und wenig Material, weil das in der Schachtel ganz viel Material ist und ganz viel Platz braucht und einiges an Aufbau braucht, aber da steckt einiges drin, als ich das Rebecca das erstmal zu zweit gespielt habe, haben wir es auch noch zu einfach gemacht und da war es schon nicht wenig komplex, das ist schon, das ist echt, das ist cool. Cool. Ich finde, das sieht ja auch sehr schön aus. Irgendwie mag ich die Optik davon. Ja, ich habe hier wieder zwei Sachen ein bisschen drauf gemogelt, das eine wird dich nicht überraschen, ich finde, Weiße Burg sollte genannt werden, allein schon als Preis-Leistungssieger bei Beste-Kenner-Experten-Spiel, weil da ist wirklich was drin in der Box, auch an Spielspaß, kurze Spielzeit, haben wir darüber geredet und ich wollte es noch irgendwie unterbringen, weil es wird nicht in meiner weiteren Top Ten sein, Spoiler. aber noch mehr geflasht und wirklich, wenn ich an Kenner-Experten denke, dann denke ich auch irgendwie an Fett, dann denke ich an Episch. Ich hatte es eben schon mal bei den Standys erwähnt, Uprising, Curse of the Last Emperor, ein kooperatives 4X-Spiel. Solo, ich weiß gar nicht, ob es nur empfohlen ist oder ob man zwei Fraktionen spielen muss, also eigentlich gar nicht meins, ich liebe halt True Solo, ich will nicht mehrhändig eigentlich meistens irgendwas spielen, aber hier finde ich alles fett, alles total rund und episch und ich setze mich da hin und versinkt da in diese coole Welt, die sie sich da aus gedacht haben. Mechanisch ist es, ja, wie gesagt, kooperatives 4X, erfüllt, glaube ich, da alle Häkchen, wie man sich da aufbaut, ausbaut, dann Würfelkämpfe, teilweise total zufällig, aber es ist mir egal, ich habe voll viele Würfel und Würfeldi und Spezialgegner und ach, alles mögliche und dann noch mit dem Twist, was ich echt cool finde, das ist, dass man mit Siegpunkten gewinnt, also überhaupt dass sie Siegpunkte hat und nicht irgendeine andere kooperative Siegbedingung, sondern man spielt ja gegen zwei wirklich sehr unterschiedlich funktionierende Gegnerfraktionen, einmal das Imperium und die Horde und die sammeln für Sachen Punkte und jede Fraktion für sich sammelt auch Punkte und man gewinnt nur, wenn von seinen, also Solo jetzt, von seinen beiden Fraktionen beide Marker mehr Punkte haben, das heißt, man muss auch schon mal ein bisschen überlegen, wie kriege ich der anderen Fraktion jetzt mal mehr Punkte rübergeschustert, also wie kann ich irgendwas machen mit denen, was denen mehr Punkte gibt, ja, es ist einfach episch fett, hast du es dir mal angeguckt auf Board Game Geek, wie es schon aussieht, man kann Quests machen, man kann so viel machen, es ist krass. Es sieht na super viel aus, das ist eins von, ja gut, auch vor One-Reihe habe ich auch gedacht, dass du die erwähnst, aber ich habe gedacht, wenn du jetzt zwei Titel erwähnst, ich glaube, einer kommt noch, weil es gab so eine Zeit lang, wenn wir irgendwie gesprochen oder geschrieben haben, so, ich spiele gerade eigentlich nur das und eins von den zwei Spielen, die du eine Zeit lang gefühlt nur gespielt hast, war Uprising. Ja, wenn man das einmal aufgebaut hat, dann muss man das auch aufgebaut lassen und ich habe hier die Erweiterung auch und da gibt es auch so viel zu entdecken an Content, an Spielmodi, an, hören wir mal auf, ist krass, ist ein krasses Ding einfach, wirklich, ja, kann ich auch nicht immer, definitiv das Gegenteil von mal unter der Woche abends, also, wobei, man kann die Spiellänge variieren, in drei verschiedene Längen, glaube ich sogar und die kürzeste davon ist so zwei Stunden, das kann man mal schaffen, wenn man es vielleicht vorher aufgebaut hat, weil der Aufbau ist auch aufwendig. Dann geht es weiter beim vierten Platz, wunderbar, bei mir wird es wieder ganz klein, ich weiß, doch Anfang des, des, des Jahres, das ist dieser kleine Cheat, weil ich es ja eigentlich schon mal auf den B-Rex-Tagen vorher gespielt habe, Hennen, auch wieder ein ganz kleines Legespiel, einfach, das ist so gut, dieses, das Raster ist begrenzt und dann dieser Legemechanismus mit Farben passt alles, aber wenn es unterschiedliche Farben ist, muss die Zahl halt korrekt sein und dann immer mit diesen kleinen Aufgaben pro jene Partie, ich glaube, spiele ich auch solo wahrscheinlich so in vier Minuten oder so, also, das reiße ich dann einfach ganz schnell runter, aber dann spiele ich halt auch nicht eine Partie, sondern direkt mehrere und das ist einfach cool, habe ich immer viel Bock drauf und eh Hennen, also, ich werde, glaube ich, jetzt niemals vergessen, dass es Viandotten gibt. Viandotten? Viandotten ist eine, 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 eine Huhnart. Siehste, das wusste ich jetzt nicht. Ja, kannst du mal sehen. Wusstest du, dass Hühner auch grüne Eier legen können? Siehste, schau an. Das weiß ich wiederum aus näher Erfahrung, weil mein Opa hatte Hühner, mein leider verstorbener Opa, aber der hatte Hühner und der hatte zwei Hühner, die irgendwie grüne Eier legen könnten, die hat er sogar mal ins Labor bringen lassen und die hatten bessere Nährwerte als, also gesündere Nährwerte als die der anderen, keine Ahnung, grün halt, grün ist halt einfach gesund. Das heißt, wenn ihr mal grüne Eier irgendwo seht, holt ihr euch, weil die sind besser als, also, ne, vielleicht nicht, aber, ja. Vielleicht auch nicht, genau, grün ist auch gefährlich, ne, das kann auch. Grün ist auch Gift. Ich meine, bei Disney ist grün immer böse. Ah, okay. Okay, gut, mein Platz vier, auch, ja, ein, in der Solo-Community recht bekannter Titel, aber ich habe ihn auch erst dieses Jahr erst gespielt. und ich habe, den Titel gibt es in zwei Versionen, wenn du ein bisschen raten möchtest, Johannes, kannst du es dir schon denken? Nein, nur zwei Versionen, ist auch voll der komische Hinweis, fällt mir gerade auf. Und die heißen auch noch ein bisschen komisch und ich glaube, als du mal über das Spiel berichterst, hast du auch so ein bisschen über leicht sexualisierte Darstellungen. Ach, meinst du, meinst du Bullet? Yes, ich habe die Version Bullet Heart und ich liebe dieses Spiel. Eigentlich, wo ich hier Platz vier sehe, denke ich mir, oh Gott, das ist eigentlich so gut, also es ist auch so schnell aufgebaut und so und ich habe noch überlegt, Warp's Edge oder das, aber, ah, Warp's Edge ist halt das eigentliche Bag-Building, während man bei Bullet Heart seinen Bag nicht wirklich bildet, aber also nicht wirklich aufbaut, sondern eher dieses Puzzlige hat und im Solo-Modus hat man ja nicht dieses, dass es auf Echtzeit ist, wie Multiplayer. Hast du es schon mal in Multiplayer gespielt? Ich habe es in Multiplayer-Koop gespielt, also quasi diesen Boss-Battle-Modus halt, weil, also ich finde, das ergibt gegeneinander keinen Sinn. Also, vielleicht aber. Vielleicht macht das auch total Spaß, habe ich überlegt. und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Spaß macht, das so zu spielen, aber ich finde es mega cool, dass dieser Boss-Battle-Modus da enthalten ist. Ich habe jetzt beim Kickstarter mir noch ein paar Sachen nachgeordert, aber nicht alles. Bin ganz stolz auf mich, da ich so sehr selektiv mir da eine Auswahl überlegt habe, weil so viel Content, ich glaube, in dem Bullet Heart allein sind ja schon acht, acht Charaktere und acht Gegner dementsprechend und die sind wirklich sehr unterschiedlich zu spielen schon. und ach, das ist ein tolles, tolles Ding, Solo. Volle Zustimmung. Genau, ich habe beim Kickstarter nicht mitgemacht, weil ich da aktuell ja nichts, einfach gar nichts, auch jetzt prinzipiell nichts mache und ja, ich glaube, hätte ich das mir nicht gemacht, hätte ich bestimmt mir auch noch was geholt. Aber das ist ja inzwischen auch tatsächlich in einigen deutschen Shops oder war es eine Zeit lang letztes Jahr oder dieses Jahr verfügbar. also was ist das ja schön, da kommen jetzt Leute dran. Auf meinem dritten Platz ist ein Spiel, wo du schon die Erweiterung gespielt hast und ich nicht, weil ich ja die deutsche Version habe und die deutsche Erweiterung immer noch nicht erhältlich ist. und zwar Belagerung von Valeria. Genau. Ich wusste es. Und ja, das ist einfach, ist einfach richtig cool. Dieses, ähm, superschöner Take on Tower Defense erinnert halt so ein bisschen an, äh, Silvion aus der Onyrem-Reihe, gefällt mir aber besser, weil das ist einfach, das ist ein bisschen fluffiger. Also, äh, Silvion ist ja auch nochmal mit dieser Drafting-Runde vorher, wenn du das richtige Spiel spielst, das dauert ein bisschen länger, da ist, äh, für dich Belagerung von Valeria das Zugänglichere und, äh, und natürlich ist, spielt ein Valeria-Universum und ist von Demiko illustriert und hat die üblichen Ikonografien und Symbolien und das ist sehr schön und, ja, ich freue mich schon sehr wirklich, wenn dann die Erweiterung auf Deutsch erscheint. Ich gucke gerade nochmal, aber ich finde es auch so schnell nicht, ich meine, also, ich bin gerade verwundert, dass die immer noch nicht da ist. Nö, nö, nö. Na gut, ich habe es ja, können die Leute hier auch so. Nee, sie ist noch nicht, äh, genau. Ich gucke mal, steht da schon ein Datum? Wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Zweites Halb, ach so, nee, da steht zweites Halbjahr 2023, das ist schon ein bisschen hin. Weil, das war doch, ja, tatsächlich, jetzt habe ich es auch gefunden, erscheint im zweiten Halbjahr 2023, weil das war, einer dieser Container-Schwerkraft hatte das ja schön transparent gemacht, was in welchem Container bei ihnen ist, auf der Messe, was noch kommen könnte, gegebenenfalls und was nicht, und da stand das auch irgendwo dabei. Krass, dass es immer noch nicht da ist. Und, ja, ja, vielleicht reden wir da gleich noch, rede ich da gleich noch drüber, ganz eventuell. Mein Platz 3, ähm, ja, eingeschlagen bei mir wie eine Bombe, in aller Munde, ich weiß gar nicht, ob das, beim nächsten Kennerspiel des Jahres, keine, Erwähnung finden kann, so wie ich den Hype, darum wahrnehme, es geht ins viktorianische England und damit weiß jeder, welches Spiel es ist. Nein, Johannes nicht. Johannes guckt. Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Johannes hast du auf jeden Fall auch gespielt, aber schon länger her wahrscheinlich auf Englisch. Es ist dieses Jahr noch erschienen. Ach so, ja natürlich, das ist ja eins von den beiden Spielen, die du eine Zeit lang nur gespielt hast. Obsession ist bei mir, also ich, ich verstehe es selber nicht, ich verstehe es einfach, ich verstehe mich da nicht. das Spiel, ich rede jetzt nur vom Spiel so, nicht von den tausend Varianten, die überall auf Bord gehen und sind und teilweise sind in der Anleitung, aber teilweise auch wieder nicht, weil es noch irgendeine Variante gibt, wo man wohl zum Beispiel den Zufall beim Ziehen der Gäste, die da auf dem Land gut zu Besuch kommen, gibt und so weiter. Die spiele ich ja alle noch nicht mal. Und, ja nicht trotzdem, ja es hat mechanisch eigentlich voll seine Schwächen. Bleibe ich bei. Also sowas wie Zielkarten, das und das Gebäude. So, ich habe da die Promo-Tiles mit drin, das sind nochmal 18 Gebäude mehr. Da könnte ich drei Partien spielen, da wird dieses eine Gebäude, was ich für diese eine Zielkarte brauche, nicht kommen. Dann, Solo ist es ja auch noch so, dass man, man hat immer so, für diese Fairchild-Kinder, ja, Zielvorgaben, wann die zu einem zu Besuch kommen. So, und es gibt da zwei verschiedene Varianten, im Solospiel musst du dir eine Variante nehmen, wo du das zufällig am Rundenende ziehst. Ja, so, oder nee, andersrum, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, es ist auch irgendwie so voll, voll quirky, und du ziehst irgendwelche Gäste, und da gibt es Gäste, die geben dir Minuspunkte, und du ziehst in der letzten Runde drei Gäste, und dann geben dir acht Minuspunkte, und, keine Ahnung, und trotzdem, ich könnte das, das ist ein Spiel, das könnte ich immer aufgebaut lassen, und immer spielen. Wirklich. Obsession. Solo-Modus, irgendwie, perfekt getroffen, dass er irgendeine Startpunktenzahl hat, und irgendwelche Vergleichswerte, und so weiter, und eigentlich, hat man den in fünf Sekunden bedient, wenn er dran ist, und kann sich voll auf seins konzentrieren, und es macht einfach irgendwie total Bock. Das ist so ein spaßmachendes Spiel einfach. Ja. Das ist auch so ein Spiel, was man sympathisch findet, weil es halt so ein Leidenschaftsding ist, ne, dass der sonst nix gemacht hat, und irgendwie nur das macht, und dann, es kam jetzt ja noch eine Erweiterung, irgendwie raus, oder angekündigt. Ich hab das schon länger nicht mehr gespielt, und da ist grad so die Hürde, weil ich, wenn ich das nochmal spielen würde, Solo, da müsste ich, glaube ich, mich echt nochmal reinfuchsen, und ich hab mir aus irgendwelchen Gründen, ja auch, ich weiß gar nicht, welche Erweiterungen ich da habe, das müsste ich, glaube ich, alles wieder irgendwie gucken, was nehme ich jetzt davon mit, und was nicht, das ist grad so ein bisschen so Überforderung, das zu spielen, aber es ist auch, das ist einfach, ja. Johannes, was soll ich sagen, gespielt, es ist bei Platz drei, es ist so cool, und ich würde ein bisschen anders empfehlen, als die meisten empfehlen, glaube ich, so die Upstairs, Downstairs Erweiterungen unbedingt, ich find ja, die Promo teilt so cool, weil, das spricht auch irgendwie dafür, da steht einfach drauf, ja, die sind jetzt nicht so getestet, und so, die sind halt von irgendwelchen Fans, mal bei irgendeinem Kickstarter, mal gemacht, und keine Ahnung, so sieben von den 18 Teilen, die da drin sind, brauchen die Charaktere, aus der Upstairs, Downstairs Erweiterung, also aus zusätzlichem Personal, was da gibt, aber die elf anderen nicht, und die sind halt einfach auch so, Gaudi mäßig, das sind irgendwie so, Maskenball oder so, der nochmal ganz anders funktioniert, als alle anderen Plättchen, und es ist so, es ist richtig, quirky irgendwie, und trotzdem, ach, es macht einfach Bock, mehr kann man zum Spiel nicht sagen, ganz undifferenziert auch, ja, differenziert, pa, differenziert, gut, äh, ah, wieder, Kategorienblock, ne, ja, bei der nächsten Kategorie, hast du mich gefragt, hä, hast du denn nur, also die nächste Kategorie ist, bestes älteres Spiel, das wir erst 2023 entdeckt haben, so, und da warst du so, ein bisschen verwirrt, glaube ich, weil, ähm, wir natürlich auch Spiele drauf haben, die wir erst 2023 das erste Mal gespielt haben, die jetzt nicht Erscheinungsdatum 2023 haben, aber, ich hab so gedacht, für jetzt, die Zuhörenden, wenn man manchmal so, Empfehlungen hat, ne, wir hatten jetzt so verschiedene Zielgruppen, auch eben mal drin und so, da hab ich auch gedacht, manchmal will man ja vielleicht auch einfach mal, nochmal, so ein altes Spiel, älteres Spiel, in Erinnerung, gerufen bekommen, und bei mir war es dieses Jahr, Prager Kaput Regni, was ich, rauf, runter, gespielt hab, bis zur letzten Partie, glaub ich, immer noch irgendwelche Regelfehler drin, aber mit dem, ähm, Solo-Modus Peter Pahler, den gibt's auch online, also das Kartendeck gibt's da noch online, muss man auch noch nicht mal drucken, und, ich find das richtig geil, ich find das richtig gut, hätte ich auch jetzt, hätte ich, könnte ich auch jetzt spielen, find ich super. Find ich auch cool, das ist so ein Spiel, als ich das hatte, hab ich gemerkt, ich baue das nicht auf, weil mich der Aufbau so nervt, also ich glaube, mit einem guten Insert, hätte ich das, glaub ich, behalten, aber ich war auch zu geizig, mir deswegen Insert so. Bei mir, seit Ewigkeiten, bei, äh, sämtlichen Such, Maschinen hinterlegt, als Suchauftrag, wenn's mal irgendwo gebraucht, reinkommt, mit Insert, nämlich mit dem Insert von Laser Rocks, hab ich's hier in Köln lokal kaufen können, also besser, geht's gar nicht, für einen guten Preis, aber, ja, absolut, das Spiel braucht, wie kaum ein zweites, ein Insert, tatsächlich. Da ist, glaub ich, nur Anno 1800 von Cosmos schlimmer, also hätte ich, also auch mit Insert, hätte ich das behalten, da muss ich sagen, es hat schon Spaß gemacht, aber, nee, also das aufzubauen, da weigere ich mich. Das ist auch gut, spielt das, zieht das Spiel aus, oder kaufe ich ein Insert? Genau, genau, ähm, ich hab, ich hab dann auch was gefunden, für bestes ältere Spiel, ich dachte, äh, ich nimm's dann einfach aus meiner Top Ten raus, du hast es schon genannt, Warp's Edge ist einfach richtig geil, wär halt, glaub ich, sonst mein dritter Platz, glaub ich, gewesen, alles andere halt, irgendwie einen da unten gerutscht, aber so kann ich's nochmal extra nennen, und das ist einfach super. Ich hab mir auch die Erweiterung geholt, die neueste Erweiterung hab ich noch gar nicht gespielt, natürlich nicht, aber die, die erste Erweiterung ist auf jeden Fall gut, weil die ist einfach more of the same, ist einfach Abwechslung, die würde ich, wenn man Bock hat, sofort holen, die zweite hat noch irgendwie neue Mechaniken, und die hab ich halt noch nicht ausprobiert. Ich hab das noch nicht genug gespielt, glaub ich, weil ich find, den Content, der da drin ist, eigentlich ganz cool, weil, aber ich werd ja auch auf meine alten Tage noch vernünftig, und das ist eben sowas, wie bei Bullet Heart, und wie bei Warp's Edge, weil eigentlich merke ich, ist das total mein Spielmodus, ich hab jetzt auch am Spieljahresende nochmal ein paar Partien, endlich nochmal Marvel Champions gespielt, wo ich auch gemerkt hab, boah, ich liebe das, oder bei Spirit Island, haben wir vor der Aufnahme drüber geredet, einfach dieses, du nimmst irgendetwas, einen asymmetrischen Charakter, den du selbst bist, und kämpfst gegen irgendeinen Boss, eine Nation, keine Ahnung, was auch wieder Asymmetrie irgendwie hat, und das geht einfach wirklich immer, und deswegen bin ich mit Warp's Edge da jetzt erstmal sehr vernünftig gewesen, weil ich einfach, ich glaub, ich hab schon mal gegen alle Bosse gekämpft, aber noch nicht mit allen Schiffen, ja, und das würde ich erstmal schaffen wollen, glaub ich, ehe dann die Vireninvasion kommt, ehe dann die Anomalie kommt, die aber, glaub ich, nur so mittelgut ankommt, was ich so gehört hab, die Vireninvasion kommt. Und jetzt sind bis dahin dann schon wieder neue draußen. Garantiert. Okay. Ja. Dann hattest du noch eine Kategorie, bester Fan-Made-Solo-Modus. Da hab ich überlegt, nicht, also, Seven hat ja einen guten Solo-Modus für Tipperary gemacht, aber das Spiel hat mich jetzt nicht umgehauen, also nennen, hab ich gedacht, nenn ich einfach nochmal das Spiel, wo ich auch immer wieder tatsächlich einen Fan-Solo-Modus auspacke und das Spiel noch habe, ohne offiziellen Solo-Modus, und das ist Gizmos. Und das ist einfach ein cooles Spiel. Ja. Und hat einen guten Solo-Modus. Ja. Ist doch top. Ist doch top. Bei mir ist es ... Warte kurz. Ich hab noch gehört, dass Seasons auch einen ganz guten Fan-Solo-Modus haben soll. Oh, wie unangenehm. Wenn du hier so unangenehm werden würdest, dann sag ich jetzt einfach, Wolfwalkers, die Solo-Szenarien von Johannes ... Ich weiß gar nicht, nennst du in deinem Podcast auch manchmal deinen Nachnamen, Jan? Ich hab dir jetzt fast ausgeplaudert. Ich weiß nicht, wie privat du da bist. Ja, jedenfalls der. Ganz ehrlich. Und Applejack und so, ne? Hier. Ja, Solo-Szenarien. Ja. Alle top. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist. Mir macht der Spaß, mein Solo-Modus da für Seasons. Na gut, das hätte ich natürlich nicht genannt. Jetzt wäre das richtig abstoß gewesen. Ich hab den Solo-Modus genommen von lieben Linus. und in Co-Produktionen mit Grafik und so weiter von lieben Sören, die ja beide recht viel für die Solo-Community tun. Liebe Gruß. Und zwar für das Spiel Evergreen. Wir haben ja damals über Evergreen gesprochen und waren beide so, ja, irgendwie ist das cool. Jetzt ist es heute auch schon ein paar Mal bei so Design und so irgendwie vorkommen, bei Spielmaterial. Und ja, so. Wir waren noch so, was fehlt dem Spiel eigentlich irgendwie, um so richtig top zu sein. Und kurz nach dieser Aufnahme kam dann dieser Solo-Modus, oder habe ich ihn entdeckt und dann auch ein paar Mal gespielt und jetzt auch nochmal gespielt und gespielt. Und der setzt einfach nur auf dem Solo-Modus, den Evergreen eh hat, also sowieso hat auf, hat aber eine bessere Prioritätsliste, wie der Bot die Karten nimmt. Das ist nämlich nach wie vor ein Highschool-Modus. Also, oder, naja, man kann auch gegen ihn verlieren. Vielleicht ändert sich das ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist diese Liste irgendwie viel klarer, wie der jetzt die Karten nimmt. Trotzdem genauso fluffig und schnell. Und durch eine kleine Sache, die beim Spielaufbau geändert wird, macht der die eigene Kartenauswahl einfach viel interessanter, weil man noch was anderes mit überlegen muss. So. Das heißt, die ganze Fluffigkeit und so von dem Spiel bleibt, aber es ist interessanter, welche Karte ich nehme. Und das finde ich irgendwie einen total genialen Punkt. Also, ne, der Linus ist ja auch bei der Automa Factory Mitarbeiter und da mit dabei. Und als ich mal mit ihm so gesprochen habe, hat er ja auch gesagt, die gucken sich ja bei der Automa Factory ganz krass das an, was ist der Interaktionspunkt bei den Spielen. So, und das hat er hier für Evergreen auch gemacht, glaube ich. Vermute ich zumindest. Und das hat bei mir Evergreen in der Gunst richtig hoch katapultiert. Und das ist jetzt mein Ding, das hätte, das habe ich aus der Top 10, ich weiß nicht, wo es gelandet wäre, vielleicht bei 5, 6, so tatsächlich. Und das habe ich jetzt rausgenommen, weil ich jetzt hier dezidiert darüber reden wollte. Weil, Johannes, probier den, das wird bei dir Evergreen auch nochmal, glaube ich, ein bisschen nach oben pushen. Meinst du aus Evergreen? wird ein Evergreen. Für mich ja, für mich ja. Nein, es ist wirklich auch so schön, ich habe das jetzt gestern nochmal, nochmal gespielt auch und es ist, äh, ist eigentlich, eigentlich macht das alles, ich habe jetzt letztens so bei, bei YouTube gesehen, die, die Spiele, Dinos, Grüße auch an die, die feiern das auch so, sonst hört man da ja nicht so was drüber. Genau, und jetzt wieder zurück zu der Evergreen-Erweiterung, wie du es vorhin hattest, die hätte ich mir schon lange geholt, aber ich weiß ja nicht, ob der Linus schon überlegt hat, dafür den Solo-Modus quasi anzupassen. Und weil ich das mit dem Solo-Modus, also wir reden wirklich davon, so würde ich dem, dem Spiel so eine 7,5, 8,0 vielleicht geben und mit dem Solo-Modus gebe ich ihm eine 8,5 oder 9,0, so, und jetzt will ich ja nicht downgraden mit einer, mit einer Erweiterung, quasi. Deswegen ist die nicht eingezogen, ich hatte die auf der Spielemesse in der Hand, die hat auch so eine total coole kleine Schachtel. Und ja, Pinien und, und Kakteen, glaube ich. Cool. Kommen drüber zu. Ja. Okay. Johannes, es wird, wird hot. Platz zwei. Dein Platz zwei. Hast du, hast du schon erwähnt? Ein paar Mal hast du es auch schon erwähnt. Es kann ja nur das, das beste Pilzspiel, doch, keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Das beste Pilzspiel, ähm, sein, einer, wirklich, ich sage es jetzt mal ganz provokant, ich finde es auch einer der besten Deckbilder, zumindest einer der Deckbilder, die mir am meisten, und die uns am meisten Spaß machen. Ähm, komm auch, hier, kommendes Spiel des Jahres, möglicherweise, wir wissen es nicht. Ähm, ich finde Muzelia ganz großartig. Das ist so schön, so toll, so fluffig, ähm, tolles Material, tolle Illustrationen, das ist, ähm, direkt eine Erweiterung mit drin, macht Solo auch Spaß. Der hat, hat sich, äh, eine Person, die hier im Podcast ist, auch etwas ausgedacht, damit man Solo ein bisschen länger spielen kann, findet man auf Boardgamegeek. Ähm, ja. Das klingt ja total Banane, mit dem Solo lecker spielen, aber ist ja so, mir war da zu wenig Deckbau, deswegen habe ich da diese Variante mir überlegt, und habe mich total gefreut, als ich da jetzt auch mal positives Feedback zu bekommen habe, von Martina, die heute auch schon erwähnt wurde. Ja, Johannes, ich mache es kurz, ist auch mein Platz zwei, Muzelia, ist einfach top, alles was du sagst, kann ich nur unterstreichen, ich wiederhole mich da auch gerne und sage nochmal, es geht einfach für mich, ich mag Deckbuilding generell, wie viele Leute auch, aber es geht für mich so extrem gut auf, dieses Deckbuilding mit dieser optischen Komponente, dieses Schiebepuzzles, ne, dass ich wirklich denken kann, ah, ich habe doch diese eine Karte drin im Deck, die entfernt mich extrem gut von Grün. Das heißt, wenn die nicht gerade auf meiner Hand ist, dann spiele ich die anderen Züge darauf hin, vorbereitend, dass das nächste Mal, wenn die kommen wird, ich viele Tauperlen auf Grün haben werde. Großartig, absolut top, top, top. Gut, ehe wir jetzt die Eins machen, kommt nochmal eine kleine Unterbrechung, unsere Flops. Johannes, was ist bei dir gefloppt im letzten Spieljahr? Habe ich jetzt auch länger überlegt, ob ich eher so über Enttäuschungen spreche, also, keine Ahnung, ich könnte jetzt nochmal Flamecraft und Erde sagen, habe ich beide nicht so gut, ich kann aber auch einfach sagen, was ich wirklich am nicht gut, nicht gutsten fand, das ist einmal Overstock, das war irgendwie ein Kickstart, das ist ein ganz kleines Legespiel, das hat Solo irgendwie, gab es irgendwie mit, 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 ich weiß nicht, Automa oder Bot irgendwie, hat mich krass genervt, habe ich einmal gespielt und dann direkt wieder äh, fortgeschickt, ähm, wir sagen die drei einfach hintereinander, oder? Ja, ähm, dann habe ich, äh, SOS Tiktanic das erste Mal gespielt, was ja auch in so eine Solitaire-The-Game, ähm, oder Level-10-Richtung geht, aber in schlecht, finde ich zumindest, das hat irgendwie einen Cold-Charakter, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, und ich kann es jetzt noch einmal sagen, und dann redet, glaube ich, eh keine Person mehr über Space Marine Adventures, tödlicher Countdown, ein Warhammer 40k Brettspiel, kooperatives Murksding, also, nee, nee, Finger weg, Finger weg. Da bist du aber jetzt noch, doch sehr milde geblieben. Ja, ich hatte auch wieder diese Frage, ob man da einfach die, die Fallhöhe nimmt, der Enttäuschung, oder auch wirklich mal sagt, ey Leute, ne, ne, und, ja, also, wenn ich jetzt auch so sagen würde, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war zum Beispiel Bargame Basement Battysphere, das fand ich einfach zu viel zu lesen für eine super kurze Spielzeit, aber immer mal länger gelesen, die Szenarienanleitung, aber das ist wirklich kein schlechtes Spiel, muss man sagen, und dann war ich auch sehr enttäuscht, tut mir jetzt leid, ich glaube, du hast hier noch nicht gespielt, die Erweiterung von Schattenreiche von Valeria, also ich weiß, dass wir die beide sehr, sehr gerne mögen, und ich habe das ja auf Englisch, deswegen habe ich auch schon die Riftlands Erweiterung, und die fand ich speziell für Solo nicht gut, die macht so ein Area Control Ding da rein, was irgendwie, nicht gebraucht hätte, ich liebe die erste Erweiterung auch, die Rise of the Titans, mit ihren verschiedenen Modulen, richtig cool, aber hat einem meiner vermeintlichen Lieblingsspiele echt so ein bisschen was genommen, dass ich jetzt auch so bin, ja toll, ich habe natürlich das direkt eingeräumt, weil ich dieses übrigens sehr empfehlenswerte Folded Space Inlay, die sind jetzt neuerdings so bedruckt, mit farbig, gibt es ja für mehrere Valeria Titel auch, zum Beispiel auch für die Gildenschule von Valeria, und, ja, da habe ich das natürlich alles eingeräumt und die Packung weggetan von Riftlands, weil ich gedacht habe, ach, das wird mir bestimmt gefallen, ja, jetzt ist es irgendwie da drin, jetzt hindert mich das wie so oft, wenn man zu viel von einem Spiel hat, auch wieder einfach das Grundspiel häufiger zu spielen, naja, das ist auf jeden Fall große Enttäuschung, und jetzt kommen aber die wirklich schlechten Spiele, bei eins haben wir, oder ich weiß nicht, ob wir über alles schon geredet haben, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Prop 1 oder so, muss einfach dieses Sonora nochmal genannt werden, dieses Schnips und Ride, alleine gegen sich schnell, selbst schnippen in Schizophrenen, mit mehreren Scheiben, und keine Ahnung was, wirklich die größte Grütze, überhaupt, nee, dann auch noch so ein Grützekandidat, Deep Dive, ja, da haben wir auch bei der Essen-Folge geredet, nee, sorry, nee, sorry, alles gut, alles gut, aber, da haben sie einfach vergessen, das Spiel in die Schachtel zu tun, nee, okay, das war jetzt hart, es tut mir leid, und, ach, ich könnte mich jetzt hier richtig in Rage reden, ich weiß gar nicht, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, ich sage es jetzt auch mal an alle Freunde da draußen, ah, nee, nee, das lasse ich doch weg, das ist eigentlich nicht so schlecht, fertig von Friedemann Friese, aber das fand ich so, boah, das macht mir so gar keinen Spaß einfach, ich glaube, das ist gar nicht mein Spiel, alle sagen, ah, da musst du häufiger spielen, dann wird das toll, ich denke mir, nein, ich habe es, glaube ich, fünfmal gespielt und fand es immer noch nicht gut, ich habe noch mehr, ich habe noch World Shapers, das war so schlecht, da kann ich mich kaum dran erinnern, das war ein Solo-Draft-Spiel, und Queen of Twelve fand ich auch wirklich richtig nicht gut, hat mir eigentlich Flop 3 gesagt, ja, ne? Ja, eigentlich schon, Entschuldigung, World Shapers habe ich auch irgendwann mal gespielt, das ist echt so ein bisschen, habe ich, also, ich fand es jetzt, das ist so ein Spiel, ich fand es nicht aggressiv schlecht, aber ich habe mich gefragt, so, warum, also, warum sollte man das, nee, weil, da können wir 20 Spiele nennen, die Drafting besser machen. Okay, dann Ehrenrettung für, also, ich meine, dieses Thema ist ja auch irgendwie cool gewesen, aber, nee, also, ja, brauchst irgendwie nicht, ne? Wie fandst du denn Queen of Twelve, das hast du ja von mir, wenn ich hier schon dein Deep Dive, was ich von dir habe, ne? Genau, du hast, genau, ich habe es dann von dir bekommen, ich glaube, ich habe es dann einmal gespielt und seitdem nicht mehr, weil ich hatte das auf den B-Rex-Tagen in den Prototypen gespielt und hatte da zu dritt oder zu viert echt Spaß dran, und seitdem habe ich es dann auch nicht mehr gespielt, ich muss nochmal spielen und dann, vielleicht finde ich es dann auch nichts mehr so gut. Du hast ja auch direkt die Erweiterung von mir mit dabei bekommen. Genau, richtig, ich weiß nicht mal, ob ich die ausprobiert habe. Eieiei. Okay, so, jetzt waren wir ganz gemein zu vielen Spielen, es tut mir leid, ich weiß, da ist viel Arbeit von vielen Menschen drin, deswegen fühle ich mich gerade auch schlecht, dass ich jetzt so gemein war. Aber gut, jetzt kommen wir zu was Besserem einfach, das können wir so sagen, also was subjektiv uns viel mehr gefallen hat. Johannes, ich bin jetzt sehr gespannt, dein Platz 1, ich glaube, ich habe, ach doch, klar, ja, ja, okay, der Elefant im Raum, ich war gerade so, hä, was könnte da noch kommen, aber ich weiß es. Es ist dir, wir schuppen von den Augen gefallen. Ja, oder, oder wenn ich daran denke, dann kriege ich auch sowas an den Augen, ich weiß nicht, ob es Schuppen sind, aber eher so Augenkrebs, sagt man glaube ich. Eines der optisch kontroversesten Spiele des Jahres, würde ich sagen. Bei Spielworks ist Oranienburger Kanal, erschien das große Uwe Rosenberg Spiel und ja, einfach richtig gut, wie damit, also ne, das Gegenteil von Fest für Odin, halt einfach mit wenig, ne, wenig Möglichkeiten ist auch falsch, aber mit wenig Worker Placement, fällt dann trotzdem ein sehr komplexes Spiel geschaffen worden, mit den ganzen unterschiedlichen Decks, enorm viel Wiederspiel wert ist. Ich weiß gar nicht, wo die Promokarte, wie ich die spielen soll, weil die ist ja kein Deck drin. Nehme ich die in jedes Deck mit rein? Nehme ich die nur in ein spezielles Deck mit rein? Eigentlich brauchen wir jetzt so viele Promokarten, damit ich zumindest eine Partie nur mit Promokarten spielen kann. Also Aufruf an Spielworks. Johannes, bei dem Spiel hast du was wirklich Krasses geschafft, weil ich hab's gerade so scherzhaft gesagt, aber wirklich das, das Schachteldesign, ich finde, wenn man das Spielmaterial sieht, geht's sogar, aber wenn ich die Schachtel ansehe, dann hab ich wirklich keine Lust, das Spiel zu spielen. So, das ist einfach total subjektiv, geb ich auch zu, aber du hast es mit deiner Begeisterung für dieses Spiel doch irgendwie geschafft, dass ich da, dass ich das total gerne mal spielen würde. Und das, mehr geht schon nicht, wenn man eigentlich wirklich sich das anguckt und sagt, ne, und jetzt aber doch eigentlich irgendwie durch deine vielen Hobbes und dann doch Lust drauf bekommt. Ich meine, es gibt ja auf Board Game Geek schon ein anderes Cover. Ich weiß immer noch nicht, ob da eine andere Version kommt, was das sein soll, aber es gibt, es existiert ja. Ja, vielleicht, vielleicht dann auf Englisch oder war das andere Cover dann, ach, das wissen wir nicht, ob das dann auch bei Spielworks erscheinen würde. Das weiß ich auch nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine ausländische Version. Kann man sich trotz, obwohl, naja, muss man gucken, wenn es Englisch ist, könnte man sich, also, ich glaube tatsächlich, wenn es das auf Englisch ist, ich glaube, wenn das wirklich sehr gut aussieht, ich glaube, dann hole ich bitte. Ja, und jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, ob es gleich, also ich weiß gerade nicht, was auf deinem ersten Platz ist, ich hätte fast gedacht, Mycelia könnte auf deinem ersten Platz sein, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das Ding ist, wir haben, als wir über das Spiel gesprochen haben, das war, glaube ich, sehr früh im Jahr und deswegen hat man es auch schon so ein bisschen, du hast es auf jeden Fall auch in deinem, war es dein Platz drei? Ich glaube, es war dein Platz drei oder dein Platz vier. Ach, natürlich, wo du die Erweiterung schon hast. Richtig. Und ich habe mir da aufgeschrieben, weil ich irgendwie fast gedacht hätte, es wäre vielleicht bei dir nicht drin, dass ich gedacht habe, mit Erweiterung hättest du das bestimmt reinkatapultiert. Also, mein Platz eins ist die Belagerung von Valeria, eben mit dieser Kampagnenerweiterung, weil diese Kampagnenerweiterung bringt, glaube ich, einfach auch Varianz mit rein, die das Grundspiel so, nur so Mittel hat und bringt auch noch so ein paar Spielelemente, die das noch ein bisschen mehr crunchy machen, würde ich einfach sagen. Und ich bin da total verwundert, vielleicht liegt es an diesem Valeria, dass da einige vielleicht übersättigt von sind oder so, irgendein Valeria-Spiel mal gespielt haben und zu sagen, Valeria ist nicht so meins, wir ja eher Valeria-Fans sind sozusagen vom Universum. Aber ich höre da auch dafür, wie gut für sehr viele Menschen ich das Spiel erachte. höre ich da viel zu wenig von. Das ist wirklich ein Spiel, da bin ich mir sicher, das würde sehr, sehr, sehr vielen Menschen Spaß machen. Wirklich, also ganz, auch ein breites Spektrum so von Solospielen. Wenn ich mir so angucke, da gibt es ja wirklich Leute, die eher nur Brecher spielen, eher nur Kampagnen-Spiele spielen und so weiter. Das ist ja letzten Endes ein, ja ist es ein Euro, ja, Tower Defense, kooperativ, ne, fast, Ameritrash ist es auch nicht richtig, ich weiß es nicht genau, wie ich es fassen soll. Also Tower Defense bringt es ganz gut, aber mit diesen Combo-Effekten, mit den Überlegungen, die man da anstellt, mit den Würfeln, das macht einfach mega viel Bock. Ich habe es jetzt extra auch nochmal gespielt die Woche und ich konnte es auch, musste auch wieder, eine dieser Kampagnen, besteht ja aus drei Partien, musste ich auch aufgebaut lassen. Ging nichts dran vorbei. Also das macht wirklich, ne, das ist wirklich mein Platz eins, auch wegen dem meisten Spielspaß, den ich damit hatte. Ja, wäre spannend, ob das mit einer eigenen, also wenn es nicht sozusagen in einer bestehenden Marke entschieden wäre, ob es dann mehr Leute gespielt hätten. Ich weiß halt immer nicht, gerade in Deutschland mit dem Speckrafer Verlag, wo einige Leute Allergien haben, dass es vielleicht deswegen ein bisschen darunter leidet, weiß ich nicht. Aber ich meine auch, Schattenreiche kam ja auch jetzt nicht so krass gut. Also ich glaube, alle, die es gespielt haben, also ich habe jetzt niemand, und Goethe ist jetzt automatisch, obwohl doch, ich glaube im Team waren auch irgendwer enttäuscht. Aber das kam gut an, aber es wird halt nicht, es gab keinen großen Bass. Aber es ist auch Quatsch. Ich meine, die ganzen Spiele von Champ Phillips und so und Sean S. McDonald kommen ja auch, werden ja auch viel gespielt. Also eigentlich kann es daran auch nicht liegen. Spielzeit. So. Spielzeit. Ende aus. Ende aus. Nein, wirklich. Ja. Okay, Johannes, jetzt hatten wir eigentlich das, was du am Anfang schon gesagt hast, so Gedanken über den Spielejahrgang 2023. Ist dir jetzt irgendwas aufgefallen, als wir so drüber geredet haben? Du hast ja zwischendurch mal gesagt, so vielleicht Jahrgang der kleinen Liegespiele für dich? Genau, für mich subjektiv auf jeden Fall. Ich habe immer noch das Gefühl, es fehlt so der große Hype-Titel, also irgendwie der, auch dieses Konsensspiel. Also ich glaube auch, du hast ja auch die Weiße Burg erwähnt. Ich glaube, habe ich nur Positives gehört. Ich habe nicht gehört, dass das irgendjemand blöd fand, aber es gab jetzt auch, ich glaube, alle fanden es gut, einige waren halt überschwänglich, andere nicht, aber es fehlte irgendwie so der, weiß ich nicht so, so das Spiel, zumindest in dieser Solo-Bubble-Gefühle. Vielleicht habe ich auch bestimmte Sachen nicht mitbekommen. Frosthaven vielleicht, was ja so eine Spielrichtung ist, die wir nicht spielen, eher, oder die uns zu, weil ich eigentlich Core auch ganz gern mag, aber nicht so. Vielleicht habe ich das hier noch und ich muss es nochmal verkaufen. Du hast Frosthaven? Ach nein, nicht Frosthaven, ich denke jetzt an Frostpunk. Ach so, Frostpunk. Ja, es ist ja alles das Gleiche hier. Die großen Frost spielen mit einer großen Schachtel. Ist das keine Reihe? Hä? Kommt denn jetzt nicht bald Frost? Weiß ich auch nicht. Ja. Okay. Ja, alles gut. Ja, was habe ich so für Entwicklungen bemerkt? Also ich glaube, wir hatten schon mal darüber geredet, ich finde, es erscheint weniger zur Spiele-Messe in Essen, sondern mehr so im laufenden Jahr. Jetzt auch, wenn wir so an unsere Top Ten, wenn ich mir die angucke, meine zumindest, das ist Mycelia, das ist so im Niemannsland des Jahres eigentlich auf einmal aufgetaucht und bei mir eingeschlagen wie Bombe. Tracking zum Beispiel auch, gilde der fahrenden Händler auch. So zum Beispiel, das ist eine Entwicklung, die ich sehe. Innovation, ja, auch nicht so richtig. Ich habe einen Trend, jetzt bin ich wieder in diesem Mods-Bereich, was mir eigentlich leid tut, aber ich habe so bemerkt, dass Brettspiele, also würde mich jetzt auch interessieren, ob du das auch so siehst, Brettspiele kommen meiner Meinung nach ein bisschen weniger als fertiges Produkt heraus. Was meine ich damit? Ich hatte es halt mit Earthbound Rangers, ich habe schon überlegt, ob generell dann so LCGs halt nichts für mich sind, wenn ich halt keinen Bock habe, irgendwelche FAQs, Quality of Life, Verbesserungen und so weiter irgendwie, oder Errata auch mich massiv damit zu beschäftigen. Ich fand das immer einen riesen Vorteil, den dieses Hobby hat gegenüber Videospielen. Hey, hier ist dein Produkt, los geht's, have fun with it. Auch so ein bisschen in die Richtung, ist da ein Solo-Modus dabei oder muss ich mir bei Boardgeek ein Ausdruck, weil ich auch eine Zeit lang viel mehr gemacht habe. Jetzt mittlerweile denke ich mir auch, ne, einfach es gibt so viel, bitte, meistens ist es für mich wirklich auch ein Kriterium, es sonst nicht zu kaufen. Jetzt hatten wir über Evergreen geredet, aber da ist ja ein Solo-Modus drin, der auch gut funktioniert. Jetzt gibt es nur noch einen besseren, das finde ich auch nochmal anders. Aber, ja, und zum Beispiel Forcet Games ist eigentlich einer meiner Lieblingsverlage, aber ich habe das Gefühl, die gehen gerade sehr in die Richtung, dass die halt, die machen ja auch eine tolle Community-Arbeit und so, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das ist, was ich so möchte. Also, ich kann ja nicht auch bei ganz vielen verschiedenen Verlagen überall so involviert sein, dass ich das dann immer mitbekomme und ständig irgendwelche, also ständig ist jetzt übertrieben, aber häufiger irgendwelche Websites checke. Andererseits, dem gegenüber, kannst du ja gleich auch mal sagen, so mit Verlagsarbeit und so, ich will da ja auch nicht so gemein sein, das kann ja auch alles irgendwie passieren. Ich will mir gar nicht vorstellen, so als Born Rangers, wie viel Arbeit das ist und ich möchte das auch wertschätzen und es ist bestimmt auch normal, dass da Dinge auch ein bisschen schief laufen, aber irgendwie fand ich, war das vor ein paar Jahren noch nicht so oder nicht bei den Spielen, die ich spiele, mit diesem, wie gesagt, für mich läuft es unserem Label Brettspiele als nicht ganz fertiges Produkt kaufen. Spannende Frage, also genau, ich bin bei dir, das ist einfach das Vorteil, man kauft etwas und dann ist es halt fertig, weil es ja produziert und das wird irgendwie nix, aber auch der Nachteil, es kann nix nachgepatcht werden, sozusagen. Also ich hab, war das 2023? Ich glaube, ich hab letztes Jahr Cyberpunk 20, weiß ich nicht, wie es hieß, dieses von den The Witcher 3-Machern, das hatte ich nachgeholt und als ich es gespielt hab, ja, war halt ein fertiges Spiel, ne, weil ich es irgendwie drei Jahre nach Release gespielt habe, wo sich damals alle aufgeregt haben, dass es Spielscheiße ist, weil nix funktioniert. Ich hab gesagt, ach nö, jetzt hab ich es irgendwie billig im Playstation Store gekauft und ein bisschen gespielt und hat mir sehr spielspass gemacht. Aber sonst ist es halt krass bei Videospielen, also ich bin da ja raus, ich hatte eine Zeit lang mehr gespielt, ich hab jetzt länger nicht mehr, also ich spiel nicht mehr, nicht mehr viel einfach, eher ab und zu, aber man hört das ja immer wieder, dieses, ja, kauf halt gefühlt kein Spiel nach einem halben Jahr nach Release, weil da muss irgendwie erst was gefixt werden, das ist halt schon traurig. Ja, also ich hätte das glaube ich einfach nicht, also wenn ich halt die ganze Zeit nur kleine Spiele spiele oder also, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht ja bei Orania Burger Canal ist ja auch ein komplexes Spiel, aber Spielworks springt ja wenig raus, ne, ich weiß immer nicht, wie, das finde ich auch, bekommt man ja, finde ich, ganz selten mit, wie viele Leute sitzen hinter einem Spiel, wie groß ist ein Verlag und wie viele Spiele bringt ein Verlag raus, weil gefühlt, ich weiß gar nicht, wie groß das Schwerkraft-Team ist, die bringen ja mal schon viele Lokalisierungen raus, dann ist ja auch mal die Frage, welcher Verlag macht eine Eigenentwicklung, macht nur in Anführungszeichen eine Lokalisierung und dann, ja, voll. Ja, nee, ja, ja, das ist mir auf jeden Fall so ein bisschen so aufgefallen, dass ich auch als Konsequenz ähnlich wie bei Videospielen auch mittlerweile denke, ja, musst du wirklich jetzt in der ersten Kickstarter, wenn es gut, also wirklich einfach, weil, das ist aber auch ein bisschen dieses Übersättigte, ne, irgendwie, wenn dann die Sachen frisch draußen sind, wenn man sie ja doch irgendwie haben, da ist das gar nicht so einfach, das zu sagen, aber ich lasse, mache ja auch nicht mehr so viel bei Kickstarter und so, ich muss auch denken, wenn es wirklich ein gutes Spiel ist, siehst du ja zum Beispiel Bogen von Burgern, Special Edition, wollen gerade irgendwie alle noch haben und so, kommt aber auch auf jeden Fall der nächste Kickstarter, kann man sich da dann holen und da sind dann vielleicht auch ein paar Sachen wirklich einfach besser, ne, also bei Rangers kommt jetzt auch ein WePrint, so, ne, vielleicht hatte ich jetzt Forsted auch noch so auf dem Schirm, weil ich auch noch hier ein ungespieltes Too Many Bones habe und ein 20 Strong und bei Too Many Bones gibt es jetzt auch schon, kannst du auch für 5 Euro irgendwie irgendwelche Matten nochmal nachbestellen, die sind wohl nicht essentiell, aber irgendwie besser formuliert oder irgendwie sowas und ja, da denke ich schon, hm, wenn das jetzt in einem anderen, Print Run wahrscheinlich verbessert sein wird, vielleicht mache ich dann nächstes Mal doch auch echt erst später mit. Gut, ne, das war mir 2023 aufgefallen und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich eine Lehre aus dem letzten Jahr gezogen habe und zwar weiß ich nicht, du hast das glaube ich eher nicht so, ich habe tatsächlich manchmal ein bisschen Probleme, was gespielt zu bekommen, auch gerade Solo irgendwie, vielleicht ist es dann die zu viel Auswahl, die man hat oder so, und jetzt seit diesem Jahr habe ich mir den Tipp mal zu Herzen genommen oder schon glaube ich Ende des letzten Jahres, die Sachen wirklich einfach sehr stumpf aufzubauen und zwar, also gar nicht so sehr zu überlegen, oh, worauf habe ich jetzt Lust und wie viel Zeit habe ich und keine Ahnung, sondern einfach, gut, jetzt habe ich auch eine Luxussituation, dass ich hier auch besser aufgebaut lassen kann als in meiner alten Wohnung und einfach aufbauen und tatsächlich ist das ja was voll cooles an unserem Hobby mit der Haptik und so und dem Aufforderungscharakter, den das dann auch einfach hat, so ein aufgebautes Spiel, so, selbst wenn ich die Regeln noch nicht kenne, wenn ich nur Spielaufbau gelesen habe und das aufgebaut habe, das macht es mir tatsächlich leichter, aber ist natürlich auch aus einer Situation heraus, die glaube ich auch nicht alle kennen, ich habe das aber manchmal wirklich, dass ich so, dann gucke ich bei Bee Gees Stats, dann gucke ich noch in einer anderen App, welche App, welche Filter, gucke mich hier live um, mache mir eine Vorsortierung, also ich mache da manchmal auch einen riesen Bohai um diese Frage, was spiele ich jetzt eigentlich, welche habe ich lange nicht gespielt, welche habe ich noch gar nicht gespielt, auf welche habe ich wirklich mal wieder Lust und ach, keine Ahnung, so tausend Kriterien und anstatt einfach irgendeins packen, ersten Impulsfolgen aufbauen, ja, das ist vielleicht für mich so eine Lehre aus dem letzten Jahr. Finde ich eine coole Idee, ich hatte gerade in der zweiten Hälfte, glaube ich, auch eine stressbedingung oder ich hatte auch in der zweiten Hälfte Corona, deswegen sind eine Zeit lang ja auch weniger Podcasts jetzt im Dezember erschienen, gut, ich konnte auch überhaupt nicht spielen, weil ich überhaupt nicht mich konzentrieren konnte, ich habe dann einmal versucht, Applejack zu spielen und da habe ich gemerkt, mein Kopf, nicht bereit dafür, aber ich habe vor allem in der zweiten Hälfte immer gemerkt, dass ich doch eher zu den Evergreens greife und dann auch gemerkt, das ist so schade viele andere tolle Spiele, die man dann doch hat, vielleicht muss man auch einfach nochmal wieder noch radikaler verkaufen, wie Peter, der ist ja glaube ich vom Einzelspiel Podcast, der ist ja nochmal, das ist schon irgendwie bemerkenswert, also ich würde sagen, ich verkaufe auch schon gut Sachen wieder, aber vielleicht muss man dann noch radikaler werden oder halt mehr unterschiedlich spielen, so. Ja, aber irgendwann ist ja eine Grenze dessen, was man zeitlich irgendwie einrichten kann, eigentlich gekommen, aber es ist schwierig, es ist schwierig mit dem Verkaufen, also ich habe da schon verschiedene Systeme. In der Zeit ist die Auswahl ja auch was Schönes, also es war jetzt auch schon cool, nach drei Jahren wieder The Magnificent zu spielen und Spaß dabei zu haben, das ist auch cool. Ja, auf jeden Fall, diese alte Liebe dann auch manchmal wieder entdecken, so, ne. Genau. So, wir wollen ja jetzt keine extra Folge für 2024 draus machen, aber vielleicht wollen wir noch einen ganz kurzen Ausblick machen. Fünf sind ja ganz gut in der Zeit eigentlich. Nicht so lange, wie wir sonst immer sind. Das erste, als ich mich da gefragt habe, hast du irgendwas, ein Spiel, was du seit 2023 irgendwie hast, aber noch nicht geschafft bekommen hast, es zu spielen, und das unbedingt zeitnah nachholen möchtest. Ich habe hier unter anderem Archeologic liegen, also dieses in Richtung Turing-Maschinen-Spiel, das habe ich leider noch nicht gespielt. Ich habe hier noch, beziehungsweise das habe ich noch gar nicht so lange, Ice-Led, das ist der quasi Nachfolger von Coral, auch wieder gleicher Verlag und so cooles Holzmaterial, habe ich bis jetzt auch noch nicht ausprobiert. Erst kürzlich, um Benni ein bisschen zu ärgern, wir haben beide einen Kickstarter unterstützt, der schon länger auf sich warten lässt, beziehungsweise der Kickstarter nicht, sondern die deutsche Version des Kickstarters, und ich habe jetzt einfach mal, ist ja ein Tipp für alle, die zuhören vielleicht, und da auch mitgemacht haben und sagen, also laut letztem Update ist die deutsche Version zu Atlantis Rising jetzt ja unterwegs, aber ich habe dann einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu warten, kann ich auch die englische haben, und jetzt habe ich halt die englische Version von Atlantis Rising hier rumstehen. Ja, mit Erweiterung, muss man sagen, das gibt es ja auch schon länger auf Deutsch, weil das ist ja die Farce, du hast das ja nachgeguckt, also auch übrigens Gemeinheitspunkt für dich hier, dass du das jetzt einbringst. Auf jeden Fall. Das ist ein Kickstarter von 2020 oder so, der Ende 2021 hätte kommen müssen, so, dann kam er irgendwie, er kam er auch auf Deutsch, überall sind alle Flohmarktgruppen voll und Johannes und ich hatten halt kein Split-Shipping gemacht und das war immer ein gemeinsamer Insider von uns und jetzt schreibt er mir irgendwie vor anderthalb Wochen oder so, hier Benni, ich habe denen mal geschrieben, ob ich nicht einfach die englische haben könnte. Haben sie gesagt, wäre okay, vielleicht ist das ja für dich auch eine Option. So, dann schreibt er das, nächstes Bild in unserer Konversation ist schon angekommen, also anscheinend versenden die Monster schnell, sind nur unfähig, diese deutsche Lokalisierung für diese Erweiterung mal fertig zu machen, weil man muss sagen, Atlantis Rising sieht man sehr oft in irgendwelchen Verkaufsgruppen und jetzt mal denkt man sich halt, was, wie ist das Spiel so schlecht oder so. Ich glaube aber, dass die Erweiterung ziemlich cool ist. Ich glaube, dass das mit Erweiterung ein sehr cooles, kooperatives Dice-Placement-Spiel wird, hoffentlich, mit Push-Your-Luck sogar. Wie cool. Bestimmt, ich meine, Vincent-Duritré-Optik ist auch schon mal Bonuspunkt auf jeden Fall. Ja. Ich habe hier... Und eins kann ich noch, eins kann ich tatsächlich noch nennen, weil ich war nicht so der Fan von der Unterhändler, aber ich habe mir dann irgendwann im Laufe des Jahres auch Final Girl geholt, aber das gibt es ja nur auf Englisch und das ist ja echt nicht wenig Anleitung und ich muss noch mal gucken, ich glaube, zuletzt hatte Jasmin von Abgewürfelt, hat er, glaube ich, ein Video zu machen. Ich weiß nicht, ob da eine gute Regel-Erklärung drin war oder ob es eine andere gibt. Ich glaube, sonst komme ich da aktuell einfach nicht rein. Das ist mir zu viel. Aber es sieht auch cool aus. Also es gibt halt, glaube ich, echt gute Regelvideos oder Let's Plays. Guckt ihr einfach in Let's Play an. Die Regeln wirken wirklich erstmal viel. Weiß ich auch noch, aber Johannes, das lohnt sich so. Das ist... Final Girl ist wirklich... Ich liebe ja auch... Also ich mochte auch schon Unterhändler sehr, sehr gerne. Hab doch immer noch vor, die Karriere durchzuspielen, weil ich die Sachen eigentlich alle dafür da hab, außer dieser Karrierebox. Total ärgerlich. Die war total heftig im Angebot bei Frosted Games und ich hab das verpasst in diesen Weihnachtsangeboten. Die war richtig heftig im Angebot für 20 Euro oder so und die kostet uns 60. Naja. Aber Final Girl macht das, Johannes. Wirklich. Ich hab da schon so viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Also hätte ich das... Hätte ich das auf 2023 das erste Mal gespielt, was ich nicht habe, sondern schon länger, dann wäre vielleicht sogar Platz 1 fällig gewesen. Oder Platz 1 oder 2. Also ich liebe Final Girl. Gut. Was ist bei mir? Auf diese Frage. 2023... Ist das... Ich weiß gar nicht, ist das 2023 noch angekommen oder jetzt erst 2024? 20 Strong und Too Many Bones hab ich definitiv schon länger hier auf Deutsch. Ja. Muss ich unbedingt spielen. Auch Too Many Bones ist zwar so teuer, du hast es gesagt, du kommst hier nicht aufgrund des Preises, ne. Völlig berechtigt. Ich hab da auch mega krass Bock drauf, aber es ist... Der Tisch ist zum Beispiel dauerbelagert von Obsession noch und ich hab noch so Bock auf Obsession zum Beispiel. Und dann denke ich mir, früher hätte ich dann, glaube ich, viel eher gesagt, so, ja, dann packe ich das jetzt mal weg. Und dann denke ich mir, nee, wieso eigentlich? Ich hab grad noch voll Bock auf Obsession. Warum warte ich nicht, bis ich mal keinen Bock mehr darauf habe und, ähm, ne, lese mich dann ein. Jetzt hingegen, so ein 20 Strong hab ich mir gestern auch mal ein Playthrough angeguckt. Ach, das hätte ich auch schon längst gespielt. Wäre ich dann nicht immer noch so genervt, dass das jetzt auch so verspätet kam? Alle hatten das schon seit Monaten und so und dann hab ich noch so ein bisschen die Sperre und warte jetzt den Hype der Leute, die es gerade spielen, erst mal ein bisschen ab und spiele es dann ganz ohne Hype. Hoffentlich hab ich dann noch Bock, aber ich glaube schon, ich glaube, dass das eigentlich ziemlich cool ist. Ne, gut, ähm, ah, dann hat mir noch gesagt, jeder soll dem anderen mal ein Spiel für 2024 empfehlen. Hast du mir eins mitgebracht? Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich wollte auch keins empfehlen, was ich nicht schon gespielt habe. Und, äh, ich hab ja etwas gemacht, was du auch gemacht hast, ein bisschen später mit einem anderen Spiel. Ich konnte nicht abwarten, weil, ähm, jetzt für 2024 ist bei, ich glaube, Kosmos, vielleicht auch nicht Kosmos, die deutsche Version von Bonsai angekündigt. Und das ist im Original bei, ach, G, V, Giochi, G, V, Giochi. Ja, uh, ah, traumhaft, traumhaft. Ähm, und es ist halt ein Liegespiel, wo man sich einen Bonsai-Baum zusammen bastelt. Habe ich schon Solo gespielt, habe ich schon zu dritt gespielt, schon zu dritt gespielt und, ja, es füllt genau das, was es sein soll und, äh, warum ich es halt, glaube ich, auch, die M4s hat halt auch Solo-Szenarien, aber, also, bin ich gespannt, also, ich scheitere, ich bin jetzt schon mehrmals am ersten Solo-Szenario gescheitert. Also, die sind, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen knackiger. Man kann es halt auch einfach ohne vor sich hin spielen. Da hast du halt immer so einen schönen Bonsai-Baum. Das ist ja die Hauptsache, ne? Dass man am Ende so einen schönen Bonsai-Baum, der gebaut hat. So, genau. Habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Habe ich Bock drauf. Auch wenn es, ich hatte so ein bisschen Angst, ob es zu seicht ist, aber eigentlich, eigentlich, ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, dass Mycelia zu seicht ist. Wo wohnen diese Menschen? Wir sind die Mycelia-Army, Johannes. Wenn das nicht beim Spiel des Jahres nominiert wird, dann kriegen die auch alle einen Besuch von uns. Wir sind dann so als Pilze verkleidert. Finde ich gut. Ich desinfiere sie mich von irgendwelchen gewaltverherrlichenden Aussagen. Ich habe auch nicht gesagt, was wir da tun. Ich habe nur gesagt, wir protestieren friedlich vor dem Haus, als Pilze verkleidet, im Mycelia-Vibe, mit unseren Tautropfen, die wir dann mit dabei haben. Ich habe zwei Sachen für dich. Auch, ja, du hast es schon gesagt, ich habe bei einem Spiel das gleiche gemacht, wie du bei Bonsai, die Geduld verloren. Und zwar habe ich gestern die Geduld verloren, habe mir World Wonders geholt von Arkane Wonders. Und das kommt, Johannes und ich warten da seit Ewigkeiten drauf, das sollte im November auf Deutsch erscheinen. Das waren die Spiele-Spiele, da hatten wir es irgendwie nicht mitgemacht. Und, ja, ich habe ja hier das Brave New World. Grüße. Und da hatte ich es jetzt so oft in der Hand. Und gestern, keine Ahnung warum, ich habe es gestern einfach mitgenommen. Ich habe es jetzt dreimal gespielt, auch heute Morgen noch. Und es ist cool, es ist ja ein Legespiel. Auf Deutsch soll ich Wunder der Welt heißen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir noch besser gefällt als mir. Ich bin noch so ein bisschen gemischt, also ich finde das gut. Das ist manchmal wirklich das Problem. Ich weiß gar nicht, wie du das machst mit deinen tausenden Legespielen, die du magst. Ich liebe halt über alles Planet Unknown, das ist bei mir ganz oben bei Legespielen. und ich mag Cascadia sehr, sehr, sehr gerne. Und alle anderen Legespiele haben es schon sehr schwer immer im Vergleich zu denen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Cascadia denke, allein was da für ein Solo-Content drin ist. So bei World Wonders ist ein Automar, aber eigentlich ist es Highscore mit Automar, gibt es ja manchmal so ein bisschen Mischformen, keine Ahnung. Den gibt es in Easy und in Hard und den Easy-Modus kannst du voll vergessen. So, dann macht man noch voll wenige Punkte. Ich mag eigentlich lieber so, keine Ahnung, das am Spielende 350 Punkte, finde ich cool. Hier hast du eher 30. Das heißt, jeder ist hart verdient. Aber an und für sich, die Puzzle-Line macht halt Spaß. Das Spielmaterial, müsst ihr euch wirklich mal angucken, ist auch richtig cool. Also ich finde, das Spiel ist an sich nicht hübsch, aber es hat halt diese Holz, was sind das, der Miepel-Miniaturen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da 21 Weltwunder drin, wo ich erstmal auch so geplätscht war, so viele und das sind ja immer Bauvoraussetzungen und man kann sich eins nehmen. Dann hat es noch so einen coolen Ressourcenmechanismus. Ah, jetzt wo ich drüber rede, denke ich schon, ah, könnte ich gleich nochmal eine Runde spielen, weil ich habe mir jetzt auch schon in der dritten Partie, da sind so Zielkarten dabei, die sind aber im Solo-Modus nicht verwendbar und ich habe mir schon mit dem Gilde der fahrenden Händler-Modus eine eigene Variante überlegt, wie man die Zielkarten dazu nehmen kann und hat bei der dritten Partie auch tatsächlich ganz cool funktioniert. Also vielleicht eine gemischte Empfehlung, ich weiß es nicht, aber ich denke, dir gefällt es nochmal besser als mir und ich hatte aber noch eine, aber auf die bist du auch schon aufmerksam geworden, aber ich glaube noch nicht so viele Leute außer uns, obwohl es von Asmodee ist, Aqua von Vincent Dutré illustriert, das sieht ja schon so cool aus, ich will das einfach haben, keine Ahnung. Da kann ich auch echt nicht drauf warten. Ich gucke da kein Review, ich kaufe das, ist mir völlig egal. Irrationalität. Da sieht richtig, auch dieses Unterwassersetting habe ich auch richtig Bock drauf und auch als mir das Foto von Wunder der Welt, World Wonders, also auf dem Foto hatte das schon eine geile Tischpräsenz. Schon cool einfach, oder? Dass du nach und sagt, da so entstehen zu lassen, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch. Ich finde halt diesen Grundplan haben die so unglaublich hässlich gemacht, der sieht wirklich aus wie der Plan von MyCity in noch hässlicher, sorry. Aber dann ist das natürlich cool, da dreidimensional dann diese Dinger drauf zu bauen. Und es ist auch sonst funktional und am Ende auch so ein Spiel wie bei Evergreen, da kannst du am Ende ein Bild vormachen, das sieht halt hübsch aus, irgendwie. Dann, was man da gebaut hat mit den 3D-Gebäuden und alles. Und vom Puzzlen wird es dir, glaube ich, auch gut gefallen, weil es schon ein anspruchsvolleres Puzzlen ist. Also es ist für mich ein Kennerspiel. Und was cool ist, noch bei World Wonders, Spielzeit. Es ist wirklich in einer halben Stunde das Spiel. Nice. Gestern ist mir bei der zweiten Partie ganz peinlich, ich habe vor ein paar passiert, ich so, hey, warum habe ich so wenig Punkte? Was ist da los? Und ach, wie schlecht und keine Ahnung. Und dann habe ich bemerkt, dass ich einfach zwei Runden zu wenig gespielt habe. Ich weiß nicht, wie mir das passiert ist, aber da hatte ich schon mein Brett so abgeräumt, dass ich das dann auch nicht mehr rekonstruieren konnte und weiterspielen konnte. Ich habe einfach nach Runde 8 gesagt, ja, Ende. Reicht. Ja. I Can One, das ist auch so ein weirder Verlag. Ich meine, ich finde immer noch so komisch, dass Foundations of Rome existiert. Also das würde ich ja so gerne spielen, aber ich bin nicht bereit, dafür Hunderte von Euro auszugeben. Also ich hoffe irgendwann, dass da nochmal so eine, ja, einfach eine Papp-Version erscheint. Wird wahrscheinlich nie passieren, weil, aber, ich, also dass das Spiel überhaupt existiert, finde ich komisch. Aber, ja. Ja, das ist bestimmt cool auch. Bestimmt, aber das, das ist so teuer. Vielleicht, jetzt haben wir das schon so ein bisschen mitgemacht, aber hast du so, so Vorfreude, hast du eigentlich schon mitgesagt, ne? Ich glaube, ich habe da noch, sag da noch kurz was, aber. Ich kann eins noch nennen, weil, also, die zwei, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du mir jetzt empfohlen, zu sagen. Ich war auch auf dem Schirm und ich bin einfach gespannt, auf Englisch gibt es das ja schon, aber es wird ja wahrscheinlich dann dieses Jahr auf Deutsch erscheinen, die Suche nach verlorenen Species, also The Search for Lost Species, habe ich Bock drauf. Peter von Eins Spiel hat sie auch schon gespielt, fand es, glaube ich, gut auf jeden Fall und habe ich Bock drauf. Sonst habe ich tatsächlich noch nicht so viel irgendwie auf dem, auf dem Schirm gefühlt. Weiß ich nicht. Also, gibt schon die krassen Sachen für nächstes Jahr und ich habe es nur nicht bemerkt. Ich habe mich auch so ein bisschen durch meine Wishlist auf Board Game Geek geklickt, aber irgendwie ist da noch nicht so, dass das neue Zeug drin ist. Also gut, keine Ahnung, vielleicht probiert man hier nicht Flügelschlag, sondern, also im Englischen heißt es Wilmspan, das Drachending. Könnte man vielleicht ausprobieren, aber sonst weiß ich nicht. Also, die Halbsachen habe ich auch nicht. Ich habe halt noch so zwei Ausläufer des letzten Jahres, die auf Englisch schon erschienen sind. Oder, also das eine ist auf jeden Fall Flip Town, noch ein Roll and Ride, auf das ich mega Bock habe, jetzt auch irgendwie gerade durch das Pioneer Rails, wobei das ja ganz unterschiedliche Spiele sind, aber auch in diesem Western-Setting und das soll auch sehr, sehr, sehr gut sein und das habe ich vorgestellt bei Spiele Tastisch und weil ich die Geduld verloren habe und das irgendwie vor zwei, drei Wochen war das oder so, wollte ich es unbedingt haben und dann habe ich es da halt in der Vorbestellung gesehen und jetzt war ich ja gestern da auf Brave New World und dann hatten die es da und ich bin dann keiner, der irgendwie die andere Bestellung storniert oder so. Ich komme gestern Abend nach Hause, Facebook-Post von Spiele Taxi. Ah, Flip Town ist bei uns angekommen, ihr könnt jetzt Flip Town bestellen. Und ich denke so, wenn die doch da überall sind, kommen die dann auch zu Spiele Tastisch? Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und wo ich auch immer kurz vorm irrationalen Kauf bin, ist Unmatched Tales to Amaze, das Kooperative Unmatched. Weil Unmatched habe ich mir schon immer gedacht, hä, so ein Duellspiel irgendwie, warum feiern da, warum gibt es da so viele Boxen von, ist das so cool, ist halt gar nicht mein Spielestil eigentlich, aber kooperativ, habe ich da ziemlich Bock drauf. Und da versuche ich halt auch die ganze Zeit vernünftig zu sein, weil das jetzt auch auf Deutsch jeden Moment erscheinen müsste. Das wären auf jeden Fall meine zwei, Flip Town und Unmatched. Dann haben wir doch einige Sachen. Wahrscheinlich haben wir ganz viel essentielle Sachen vergessen. Ja, aber wenn sie uns gerade in dem Kopf waren, dann sage ich immer, waren sie auch nicht so essentiell. Dann werden sie uns noch einfallen. Uh, jetzt fällt mir tatsächlich eine Sache noch ein, weil das hatte ich in der Spieleschmiede gelesen. Ich weiß nicht, wann das passiert. Dinogenics soll ja in die Spieleschmiede kommen, was ja auch eins der Spiele ist, was null verfügbar ist. Da habe ich tatsächlich Bock drauf. Das ist bestimmt echt cool, glaube ich auch. Ich bin halt immer noch so gesättigt von Dinos mit Dinosaur Island, Raw and Ride. Ich liebe das einfach. Das zu toppen wird schwer, glaube ich auch. Aber ich glaube, dass Dinogenics wahrscheinlich da ja noch mal komplexitätsmäßig einen Batzen drauflegt. Ja, glaube ich, auch einen ganzen Batzen, ja. Nee, sonst, hast du irgendwelche Challenges, die ihr bei BGStats oder so gemacht für nächstes Jahr? Also Rebecca und ich hatten 2022 das Ziel, mindestens 365 Partien zu spielen. Das haben wir geschafft. Also quasi jeden Tag ein Spiel. Dann haben wir gedacht, dass wir 2023 die 400 knacken. Da sind wir knapp dran gescheitert. Also mit 387 Partien, glaube ich. Also diesmal machen wir wieder mindestens 365 Partien, wollen wir schaffen wieder. Sonstens Solo, nö, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich es entspannter fand, mir nicht irgendwie ein Ziel zu setzen, so viele neue Sachen zu spielen. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Und ja, wir haben ja schon mal Ende des Jahres, also Ende 2023 gesprochen, weniger kaufen und mehr altes spielen. Aber wie lange und wie häufig sagt man sich das schon? Ich glaube auch. Ich glaube, es ist so ein Mittelmaß gefragt. Es ist ganz gut, dass man irgendwann an so eine Platzbegrenzung einfach kommt. In der bin ich jetzt definitiv auch wieder völlig drüber. Aber ja, ich habe, glaube ich, eher so geändert, dass ich nicht mehr so Challenges habe mit Sachen, die ich mir vornehme, wie so Neujahrsziele quasi, sondern eher so Autofill-Challenges, womit ich dann mehr Überblick über die Sachen habe. Da gehören für mich zum Beispiel die Kostenreduzierung Sachen zu. Ich spiele jetzt kein Spiel absichtlich, um die Kosten davon zu reduzieren. Aber dann habe ich auch ein Jahr umgespielt, welches ich quasi letztes Jahr nicht gespielt habe. Da sind noch welche übrig geblieben, wovon dann aber jetzt auch welche ausziehen werden. Aber gut, da natürlich eigene Spiele gespielt. Also mehr so auch 10x10 Autofill-Challenge, Pile of Shame unter drei bekommen und Neues wirklich mindestens dreimal spielen. Das ist so ein Ding von mir. Ach doch, eine habe ich, was ich mir vorgenommen habe, ist Spiele 20, alte Lieblingsspiele noch einmal. Da habe ich mich hingesetzt und mir 20 Spiele reingetan. Das ist mein einziges Vorsatz-Ding so. Jetzt auch Autofill habe ich auch Spiele an jedem Tag des Jahres ein Spiel, also täglich spielen. Aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, alles okay. Ich habe auf jeden Fall noch das Ziel, bei der Cascadia-Erweiterung endlich auch zum Landmarks-Modul zu kommen. Weil ich spiele ja natürlich die Szenarien in chronologischer Reihenfolge. Und ich scheitere gerade aktuell, glaube ich, an Szenario 9. Und ich glaube, bei 10 oder 11 kommt das Modul rein. Wird das krass, bei 9 noch nicht, ne? Ey, das ist auch echt ein bisschen gemalt. Wir haben die Hälfte sozusagen ohne dieses Modul und dann die andere Hälfte. Das sind, glaube ich, 20 Szenarien insgesamt. Was ich auch cool finde, weil, ich glaube, im Original waren es weniger. Waren es nur 14 oder 15, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, es war ein Ticken weniger. Ich finde es auf jeden Fall super. Der einzige Nachteil, was ich da sich gemerkt habe, man kann, dann darf die nicht direkt hintereinander, also ich habe dann einmal sozusagen, weiß ich nicht, Szenario 7 geschafft, dann wollte ich direkt Szenario 8 spielen. Funktioniert ja überhaupt nicht, weil man halt noch voll drin ist, regeltechnisch in den Sonderregeln von Szenario 7. Und dann merkst du irgendwann, dass es mir auch am Anfang bei Szenario 9 passiert. Dann baust du was und nach fünf Partien, nach Runden, Runden merkst du, nein, was? Jetzt liegen die Falken gar nicht neben den Füchsen. Scheiße, muss nochmal neu anfangen. Ich kenne es gut. Ich kenne es gut, wenn man verwirrt ist. Ich finde das eh beachtlich, wie viele Leute das ja so machen, dass sie so ganz viele Partien von einem Spiel hintereinander machen. Das mache ich eigentlich so gut wie nie. Was ich jetzt aber zum Beispiel mit World Wonders gemacht habe, ist, aber dafür muss ich mir da wirklich freigeben von der Arbeit, weil ich auch noch an dem Tisch manchmal ganz gern arbeite, dass ich dann zwei Spiele quasi parallel aufgebaut habe. Ich bin niemand, der die parallel spielt, aber ich hatte gestern dann World Wonders aufgebaut, aufgebaut, gelassen, immer auf, abgebaut, bis ich jetzt die drei Partien hatte und da habe ich zwischendurch dann Pioneer Rails nochmal gespielt und Gilde der Fahrende Händler habe ich auch nochmal gespielt. Also so ein paar Sachen von meinen Top Ten, die ich nochmal Lust hatte, dass ich da nochmal ein bisschen mehr drin bin und dann halt immer abgewechselt. Dann eine Partie World Wonders, dann eine Partie das, eine Partie World Wonders, eine Partie das und jetzt habe ich World Wonders aber abgebaut und Obsession wieder aufgebaut. Uh, bei Cascadia, dieses Jahr kommt ein neues Spiel von Flatout, dieses Nocturne, sieht glaube ich nett aus und was ich gesehen habe bei AEG kommt Waffle Time, wo man eine Waffel irgendwie mit Toppings, bepuzzelt. Finde ich ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber... Spiel mich eigentlich völlig egal. Ich will das jetzt haben. Ich will auch jetzt eine Waffel. Schon, ne? Das ist allgemein so was irgendwie, man hört einmal Waffeln und Waffeln will man irgendwie immer haben, oder? Ja, hier ist dieses Wunderwaffel, heißt das glaube ich, ist jetzt nicht so weit von mir entfernt. War ich, seit ich jetzt hier in der neuen Wohnung wohne, war ich keinmal da. Könnte ich jetzt machen. Gut, Johannes, also 2023 hiermit offiziell abgeschlossen und 2024 wird bestimmt wieder ein wundervolles Spieljahr, weil wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, vielleicht nicht so highlightig und so, aber wenn man dann doch über die Sachen redet, denkt man schon, aha doch, ist schon nach wie vor ein cooles Hobby. Manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen übersättigt, aber da kommen bestimmt auch noch viele coole, andere neue Spiele, oder? Ja, bestimmt sind wir optimistisch. Ja, vielen Dank, dass ich wieder mal hier sein durfte. Es tut mir leid, wenn ich manchmal so, das lag jetzt heute glaube ich daran, weil ich mir diese Struktur überlegt hatte, dass ich jetzt immer so eingeleitet habe. Du hast mich ja zwischendurch schon berechtigterweise darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier nicht der Moderator bin. So sehe ich mich auch gar nicht um Himmels Willen. Das ist doch völlig legitim. Benjam, also da, das ist doch immer schön mit dir zu podcasten. Achso, jetzt sollte ich vielleicht noch abmoderieren. Danke, mit dir auch. Ja, genau. Jetzt warte ich wiederum als Gast auf die Abmoderation. Hier, Benjam, kannst du denn bitte? Nein, also. Genau. Es war wieder eine Freude mit dir. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet, uns dabei zuzuhören, zu reden, wie wir uns gerne gegenseitig und selbst reden gehört haben. Ja, oder? Genau, folgt Brettspiel News natürlich gerne auf den üblichen Social-Media-Plattformen, geht gerne auf den Discord-Server, gibt da Feedback und schaut natürlich auch gerne, ein zweites Mal das zu erwähnen, auf dem sehr guten Einzelspiel-Discord-Server. Das ist vielleicht so ein Vorsatz von mir, weil ich das immer ab und zu mache und dann vergesse ich es. Ich muss mal wieder aktiver auf dem sein. Das ist vielleicht ein Vorsatz. Doch, dafür muss ich ja spielen auch. Ich tatsächlich auch. Es wäre eigentlich so simpel. Ich mache sogar Fotos von den Spielen, aber ich schreibe ja lieber, wenn ich was schreibe, mal was Ausführliches und dafür braucht man halt wieder Zeit. Aber viele machen es ja vor, dass auch einfach eigentlich ein Bild reicht und man sagt kurz, hab das gespielt. So. So. Genau. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch ein spielerisches Jahr 2024. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht. Mal看 Christ, such. Mal看 sechs.